Seid ihr da? Wir sind Leute vier Minuten früh am Start. Ist das nicht schön? So, ich twitter eben noch kurz. So, moin. Äh, mir geht's sehr gut, Happy. Dankeschön. Ähm. Wenn ihr euch wundert, dass ich vielleicht etwas sprachbehindert klinge, ja? Das liegt daran, dass ich heute wieder einen Zahnarzttermin hatte. Und wenn ich lächle, sieht das so aus. Aktuell. Also es geht schon wieder hier. Hat er echt Pech gehabt. Also das ist hier noch alles so taub. Pizmiet und Zahnärzte sind halt Freunde. Aber ist gar kein Problem tatsächlich. Äh, ich bin froh, einen guten Zahnarzt zu haben. Und das ist auch echt wichtig, öfters zum Zahnarzt zu gehen. Weil bei mir sind halt immer nur Kleinigkeiten, die an so einer Betäubung trotzdem gemacht werden. Aber ich habe keinen Bock auf irgendeine Wurzelbehandlung oder so eine Scheiße, ja? Das wäre, äh, glaube ich, mein persönlicher Horror. Klingeche nicht immer sprachbehindert. Also das, was Bram hatte und so weiter, der hat halt etwas viel Schlimmeres mitgemacht. Ich will das aber unter Betäubung haben, weil die halt dann da eine Füllung machen. Und, ähm, ja. Da ist mir das dann doch deutlich lieber. Tut man, was tut man nicht alles für die Beißerchen? Äh, wir spielen heute der Tarkov. Äh, bin ich ja aktuell hart am Suchten. Ähm, wenn man nicht noch The Last of Us spielt. Ja, The Last of Us 1 habe ich jetzt durchgezockt tatsächlich. Also habe ich nochmal durchgespielt übers Wochenende hinweg. Äh, habe ich das richtig hart durchgesuchtet, weil ich mich echt nicht mehr an den Teil erinnern konnte, an den ersten. Ich habe das halt einmal damals durchgespielt und danach aber Playstation rein. Danach habe ich es gar nicht mehr gespielt. Jetzt kann ich dann wieder endlich in The Last of Us 2 reingucken. Äh, und, äh, ja. Ansonsten spiele ich jetzt aktuell super viel Tarkov. Pokémon ist mir tatsächlich heute ein bisschen viel zu reden. Und, äh, ja, ist halt nicht so geil. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich noch viel Pokémon streame. Äh, ist ja auch irgendwie, ich kann mir das jetzt auch sehr un... es ist sehr untergegangen, habe ich das Gefühl, dieser DLC. Ähm, generell. Ich weiß nicht, wie das bei euch da so ist. Ähm, bei Tarkov bin ich ja immer einer, der eher ein bisschen Gear 4 hat. Äh, das heißt, ich gehe nie so high-geared rein wie vielleicht andere Streamer. Bin halt vielleicht dann nicht so gut wie andere Streamer, ne. Moondine, Mario, die sind halt deutlich besser in dem Spiel. Oder in, äh, Dizzy, wenn der spielt. Ähm, aber ja. Und Formel 1 ist, ähm, am 28. 6. Mache ich nochmal beim Community-GPO mit. Das ist das letzte Mal, dass ich, glaube ich, Formel 1 2.19 dann hoffentlich spielen werde. Und dann ist ja schon eine Woche später quasi der, äh, 2020-Release. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird auch richtig hart bezockt. Könnt ihr euch schon rot im Kalender markieren? Wahrscheinlich 7. Juli. Da geht's richtig rund. Da wird richtig rumgerast. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Captain hat einen 16-fachen Resub dagelassen. Dankeschön. Ähm, ja, dabei ist auch wieder Noah. Ihr kennt's mittlerweile vielleicht. Ihn, äh, ist mein, mein Tarkov-Buddy, mit dem ich jetzt immer zusammen Tarkov-Spiele, äh, wandert immer zu zweit. Das heißt, wir werden vielleicht auch mal seine Missionen machen, äh, weil wir uns da halt immer einfach gegenseitig ergänzen, dass wir da vernünftig, äh, Spaß haben und, äh, durch die Raids kommen. Äh, Peter, ne, Peter nimmt gerade mit, äh, Brammen Sea of Thieves auf. Der Release auf Steam ist erst am 10. Das ist richtig, aber diese Michael-Schumacher-Edition hat drei Tage vorher Spiel-Release und, äh, ja. Spoiler! Was ist das für ein Spoiler, wenn ich sage, die nehmen Sea of Thieves auf? Ne, Seb ist heute nicht da. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, hat er heute seine Freunde Geburtstag und die machen heute den Tag zusammen und, äh, Christian ist aktuell auch im Urlaub. Alle im Urlaub. Alle nur am Chillen, ey. Aber wir arbeiten hart hier. Ne? Die Arbeitstiere von Pete's Meet sind nur am Start. Klarer Spoiler. Okay, alles klar. Äh, ja, dann Tarkov. Hallo, Noah. Hallo. So. Na, du Arbeitstier? Ja. Ja, die anderen sind alle weg. Ja, Seb muss Zeit mit seiner Freundin verbringen, das ist mehr Arbeit, als du hier gerade tust. Ja, gut. Dass du jetzt gesagt hast, dass für ihn vielleicht mehr Arbeit ist. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich die Zeit mit meiner Freundin verbringen könnte, statt hier hart zu arbeiten, ja. Aber es ist hier, Jay. Genau, ich bin der Macher. Absolut korrekt. Genau. Die Elite von Pete's Meet Kappa. Oh, ich habe eine Grafikkarte bekommen. Als ob du eine Grafikkarte hast. Durch irgendeine Mission. Durch irgendeine Mission. Ganz ruhig. Du wirst nicht ungerecht. Ey, ich will ja auch direkt eine, wenn du eine Grafikkarte hast, möchte ich auch eine haben. Also wir gehen einmal kurz nochmal die, ja, mach du mal. Wir gehen aktuell kurz die Quests durch, checken die mal nach, was wir so machen müssen. Die ist, naja, easy. Muss ich halt einfach irgendeinen Key noch finden. Ist hinten angestellt. Ich muss aktuell noch SVD-Kills machen. Ist auch mehr oder weniger heute für den Stream hinten angestellt. Weil, ja, vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal SVD-Kills oder so, weiß ich nicht. Sniper-Skill machst du auch nebenbei. Gunsmith Modden ist langweilig. Hier fehlt mir noch eine Black Rock Chest. Das heißt, das muss ich auch sammeln. Interchange könnte man machen. Dann fehlt mir noch ein Roller. Hier ein Rolex, die muss ich noch finden. Ein Blood Set muss ich noch in Raid finden. Hier, das können wir vielleicht nachher mal machen. Noah muss noch Sturman killen. Ich muss parallel oder ich mach dann halt parallel dann drei PMC-Kills in einem Raid. Das wär ganz cool, wenn man das hinkriegt. Nacht Raids möchte ich unbedingt nicht on Stream machen, weil das euch wahrscheinlich eher abfuckt, weil ihr nix seht. Genauso hier auch. Da würde ich halt auch nachts reingehen bei dem hier Reaper, Thermal Shit. dann werden wir noch wahrscheinlich die letzten Scaf-Kills machen auf Customs und Interchange. Also wir werden vielleicht doch nochmal Interchange gehen. Wir testen das vielleicht einmal dann nachts. Ansonsten Sturman hab ich schon gelegt. Wir haben tatsächlich wir haben ja am Samstag gestreamt zu dritt mit Sebastian und haben dann auch Killer versucht zu machen. Da gab es ja dann die Killer-Gate mit Noah, der mich da absichtlich erschossen hat. Erschießen wollte. Wir sind danach halt einfach nochmal Killer gegangen. und haben das innerhalb von drei oder vier Versuchen halt einfach zweimal easy gemacht für jeden von uns. Ja, es ist so lächerlich, dass es dann on-stream leider nicht geklappt hat. Aber ja, gut. Aber Stürmen haben wir gleich. Ja, Stürmen, das war bei dir ganz gut, bei mir eher so suboptimal. Ja, bei dir läuft das halt noch nicht. Kommt noch. Läuft halt noch. Ja, und dann muss ich noch einen Defi finden, den kann ich auch noch im Zweifel selber bauen. Ey, weil du bist noch nicht angekommen. Was denn für noch? Oh! Welche Rüstung? Ja, die dicke Rüstung. Ja, ja. Wir haben gestern, es gibt ja hier diese, es gibt eine Quest, wo du, wie hieß die Quest? Wie heißt die Rüstung? 6 B 4 7 oder so, 6 B 4 3. Ah, 4 3. 4 7 war der Helm. Davon darf man zwei Stück abgeben. Einer, die brandneu ist und eine, die kaputt ist. Und es gibt die halt aktuell nicht kaputt. Man kann sie nicht kaufen, die ist halt fucking teuer, die musst du halt zweimal abgeben und dann haben wir sie, da sind wir gestern auf, äh, ne, was ist denn, war Schorlein? Und dann habe ich ihn einfach da mal niedergeballert und dann diese schöne Rüstung einfach zerstört. Nur für die Quest. Super dumm. Jobs sind leider um 11 Uhr vorbei gewesen, das ist richtig. Ich bin da ein bisschen spät. Ja, aber war trotzdem ein cooles Event, hat Spaß gemacht auf jeden Fall und, äh, ja, dann, genau, also, wir waren ja noch bei den, bei den Quests, äh, bla bla. Ach, scheiße. Hier, das ist die Quest, die wir jetzt wahrscheinlich primär versuchen anzugehen, mehr oder weniger. Ähm, diese OFZs finden. Die musst du in Raid finden, super nervig, super, super nervig, weil es die nur auf Reserve gibt und, äh, halt super selten an bestimmten Spots. Die geben wir dann als, äh, Scavs ab. Das heißt, wir wollen jetzt halt, werden heute viele Scavs auf Reserve machen. Jay, kennst du den Freilinger Lagerverkauf in Gießen? Nö. Hahaha, was ist der Freilinger Lagerverkauf in Gießen? Ein Lagerverkauf. Würde ich jetzt halt so spontan behaupten. Sagst du nix. Gut. Gucken wir mal, was hier, äh, Scavs auf Reserve zu gönnt. Ach, stimmt, Scavs. sehr hart laut. Ach, das ging, also ich hab die jetzt nicht um angepasst noch von der Lautstärke zu vorher, äh, am Samstag. Also, müsste, am Samstag war es ja, ging es ja auch. Wir gucken mal. Dann steh ich das gleich einfach um. Ja, hoffentlich geht das jetzt mit der Q-Time, wenn wir da zu normalen Zeiten reingehen. Bitte google das. Okay. Freilinger Lagerverkauf in Gießen. Okay, ich google das sofort. Du bist sexy wie Fußpilz, das ist sehr lieb. Ähm, Freilinger Lagerverkauf Gießen. Was ist das denn? Äh, Süßigkeiten? Wo ist das? Was haben die für eine Seite? Die Qualität ist einfach so so 0p. Das ist so unfair, wenn du eine Webseite machen musst, wie würde. Ja, das ist der Freilinger Lagerverkauf in Gießen. Hä? Ausgeschnitten wie bei uns auf den Thumbnails? Aber schreibt man Gießen nicht mit Scharf-S? Naja, geht halt schlecht auf der Internetseite. Ja, okay. Aber ja, Gießen mit Scharf-S. Also es geht gar nicht mehr. Aber 0p, die Bilder, what the fuck? Kennst du nichts? Steht da in den Warenkorb? Okay, wo kann ich denn hier die Süßigkeiten kaufen? Wo ist das denn? Unser Online-Shop? Unser Online-Shop Anfahrt. Nehmen Sie bitte Sonderposten. Na, ist das nur online? An der Marburger Straße. Wo ist die denn? Ah, beim Herkules-Center. Ah ja. Ja, beim neuen Friedhof. In der Nähe. Ah, im Gießener Norden. Deswegen kenne ich das nicht, weil ich vielleicht nicht im Gießener Norden wohne. Am Friedhof. Ah ja. Gut zu wissen. Guck mal, wir creating schon den Loot Pool. Ich bin schon gespawnt. Wie du schon gespawnt bist. Oh Gott. Okay. Also keine OFZ, aber ne Milch. Ja, super. Ein Frecher, dass ich hier noch nicht gespawnt bin. Hast du das neue Windows Update noch nicht gezogen? Achso, meinst du, das geht dann besser? Keine Art. Du bist auch da. Also OFZ findet man hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht 100%ig, wo die alle spawnt. Ich find die nie. Bei manchen wurden die im Zweifel wahrscheinlich schon eh gefunden. Haben wir übrigens heute 900p an, im Chat. Ihr freut euch vielleicht. Ich hoffe, ihr freut euch. Hab kein Gedacht. Ich hab hier eigentlich hier so. Boah, die richtig geilen Scheiße. Boah, ein Fuel-Kanister hab ich gefunden. Aber einen schlechten. Ja, super. Ich hab nicht mal einen, weil ich hab einen Rucksack. Ja, das sind die Tank-Shells. So, hier oben vielleicht? Wo bist du denn eigentlich? die Panzern rund um die Map verteilt. Aber ich hab gehört, dass die auch hier in den Bunkern sein sollen. Und hier ist ja auch ein Panzer. Also, von daher. Aber hier sieht's scheiße aus. Ich komm dir jetzt entgegen direkt. Ja, ich komm dir. Wär ja kein Kill von mir, oder? Ich bin ja gerade... Als Scaf-Kill? Wenn ich dich kill, dann ist das ja nicht mein... Also, ne? Ich hab dich letztens gekillt. Als Scaf. Stimmt. Wenn du dich noch dran erinnern kannst, wo ich mich so todeserschrocken hab. Hä, war das ein Scaf-Run? Ja, das war ein Scaf-Run. Ah. Wo ich den Scaf gekillt hab und du hinter mir standst, ohne was zu sagen, dass du hinter mir bist und ich fertig mit Blutenball drehe mich um, steht da einer hinter mir. Da hab ich aber dann direkt Instant Headshot gedrückt. Hab mich echt erschrocken. Warst du ja eigentlich schon? Ja, hier war ich schon. Ich guck noch mal lieber zweimal nach. Ich hab hier noch Tomaten auf den Augen. Der könnte auch Schiedsrichter werden beim DFB. Ist aber nicht so gemein. Ich bin gerade vorhin erst aufgestanden. Ja, sag ihr ja. Aber pünktlich. Ja, noch vor 15 Uhr. Ah, hast du gut gemacht, glaube ich. Hast du gut gemacht. Ich hab vielleicht schon wieder nicht schlafen konnte. Boah, grauenvoll. Ah. Die Dortmunder Fans bestellen sich immer über den Schiri. Darf es vor uns wer? Wollen wir den machen? Ja, Mann. Ja, scheiß drauf, oder? Der ist hier vor uns. Oh! Hab ich. Guter Schuss. Hab noch mal nachge... Der war genau hinterm Busch. Ja, ist ja okay. Ja, gönn dir den. Oh, ne Ullach. Und eine schöne gemodete AK. War ein Spieler. Das war ein Spieler. 150. Lul. Alter, der Triceps dabei. Ist ja nett von dir. Ja, guck mal, ob der OFZ hat. Wo musst du eigentlich extracten? Wo muss ich extracten? Heating Pipe. Sag ich dir gleich. Ich muss extracten. Ja, Heating Pipe. Paid actor. Oh, der fühlt dabei. Das ist ja zu nett von ihm. Gönn dir. Du musst dich heilen, ne? Das sieht ein bisschen gedamaged aus, wenn ich mir da zu richtig angehe. Ja, ich hab einen Käse. Und einen Ifac. Ich hab leider gar nichts. Ich hätte einen Ifac geben. Ich hab zwei. Der war so nett. Aber es scheint, als wäre Mark and Drum nichts Gutes gewesen, so wie sein sein Tricep aussieht. Können wir auf jeden Fall nochmal checken. Dann müssen wir eh noch zu einem anderen Panzer darüber. Der hat einen T-Bag. Und du hast eh einen Tricep vergessen. Ne, ich tausche gegen T-Bag. Mach das mal. Neuer Student und noch selbstständig. Arbeitslos. Also Student. Ne, aber die Corona-Krise. Jay besparst du aktuell. Ja, aktuell ist's. Aktuell ist's. In Tarkov. Aber aktuell ist der Job gemacht. Ist nix. Kacke. Und ich muss mich aktuell ein bisschen auf meine Gesundheit konzentrieren. Da, ich da doch ein bisschen hinterher hängen. Willst du... Ja, stelle ich. Kann man hier den Bahnhof rein? Okay. Das ist auf. Da geht's mal. Kann man ja gar nicht durch, oder? Hab ich ja nie durchgegangen. Alter. Du siehst aus wie so ein richtig fetter Spieler. Ich hab mich gerade mega kurz... Also sehr kurz... Kurze Zeit, aber sehr erschrocken. Ich fühl mich auch so wie ein richtig fetter Spieler. So knallen die da rum. Ist das hier schon alles gelootet? Ja. Der war schon wer. Ja, ich hab dir eigentlich gesagt, dass ich beim nächsten Tag auf Stream mitstreamer, aber ich bin aufgestanden, hab auf WhatsApp gelesen, das Video. Ich wusste auch bis um viertel nach elf, nicht, dass ich streame. Ja, also ich weiß ungefähr so lange wie Jay. Das wir jetzt streamen. Alter, was ist denn da hinten los? Glurak. Glurak ist am Start, sag ich. Fress Glurak am Start. Das ist Glurak. Das ist Glurak. Einmal Markenblumen checken. Also das sieht aus wie der Originals-Gap. Willst du da einmal reingehen? Oder nicht? Meinst du das lohnt? Ja, ich bin krank. Daher kennst du vielleicht die Stimmung. Ja, aber... Oh, da hinten ist auch offen. Und? Liegt da was Fettes? Sieht sehr leer gelootet aus. Opfer dich. Ist aber lieb. Du hast jetzt eine fette Rüstung, ne? Fette AK. Ich hab ein... Olaf. Was hast du denn gefunden? Jetzt auch eine fette AK. Geil. Ich brauche ein bisschen Platz in meinem Tri-Zip. Ich suche da einer auch. Boah, ich nehme einfach die. Wir sind's Gäste. Wir looten alles, was übrig gelassen. Ah, hier liegt noch ein klein abgesiegtes Shotgun. Nice. Ja. Full mit BP. Ja, mega. Da wird geknallt. Okay, jetzt ein Panzer. Musst du auch Heating-Pipe raus? Ja, aber ich kenne nur nirgends her. Deshalb Noah ist die einzige Information, die man dir geben kann. Alter, was ist denn da für ein Krieg? Hallo? Hallo? Ja, ich muss auch Heating-Pipe raus, hab ich doch vorhin gesagt. Was? Aha. Wo ich noch meinen Typen hier gelootet hab. Ob die den Intelligence für dich haben? Natürlich nicht. Toll, danke. Kein Problem. Sehr nett von dir. Dafür haben sie Spreads. Das ist echt ne Frechheit, wie wenig Tank-Batteries da drin sind. 10% ist viel zu wenig. Oh, da liegt doch was, oder? Alter, ich loote hier einfach mit einer leichten Flatterer von Reserve heute. Juhu. Aha. Aha. Ein Emric. Ach, der ist ja voll klein. Der Emric ist ja voll schmutz. Brauche ich das zum Abgeben? Oh, ich bin überladen. Oh, ja, hier noch stylische Sachen. OFZ. OFZ. Mit Käse. Warst du doch ein Käse, ne? Ne. Hä? Du brauchst Käse. Ich dachte, du müsstest dich heilen. Ne. Ich hatte zwei Ifaxe und ich wollte dir eins geben. Achso, alles gut. Ich hab noch keinen Kaffee getrunken heute. Ja, vorne ist noch ein Panzer. Wollen wir danach noch weiter gehen, oder? Ne, wir wollen Extracten. Ich bin voll. Ja, ja, lass dann Extracten besser. Komm, gönn doch mal ein Spiel. Ja, und jetzt ist ein Red Rebel. Wow. Zählt das hier überhaupt als Panzer? Bin ich mal sicher. Äh, auf dem Zugdach? Zugdach? Oh Gott, auf dem Zugdach! Welches Zugdach? Da, wo die Züge reinfahren. Das ist schlecht. Die haben wir nicht gesehen. Du läufst davon. Oh Gott. Okay. Alternativplan. All in the fence by the mountains. Ja, oder ich mach den jetzt geil weg. Achtung. Famous last words. Ich seh' nicht mehr. Wie kommt man denn da auf die Dächer? Ja. Über das abgefuckte Dach. Das ist doch rein zu eigen gestürzt. Ich meine, wir könnten versuchen. Wir müssen halt an der Hipping-Pipe entlang. Wir waren ja quasi am Extract. Also wo du schon bist. Klar. Ich hab' ja nicht so viel. Hier knall' ich weg. Also hier auf dem Dach. Ja, hier auf dem Dach. Bisschen weiter vorne. Das bin ich. Ich hab' Ich hab' Du hast'n Zweitbildschirm. Aber du kannst mir doch Entfernung geben, oder? Feuerschutz? Ja. Ich hab' aber Angst, dass der Clou-Hard drin ist. Ich jetzt auch. Oder Raider. Ich glaub' der Typ ist jetzt nicht mehr da, Jay. Er ist alles safe, ne? Nee, das würd' ich jetzt nicht sagen. Ich muss mich hier oben mal kurz hinlegen, weil ich regenerierte keine Ausdauer mehr im stehen. Kann man hier UFZs auch finden? Nee, ne? Chat? Glaub' nicht. Oh Gott, der ist noch da, Jay! Nee! Wo denn? Ich weiß es nicht. Er hat seine Position bewegt. Was soll das denn? Extracted. Da ist er! Der hat mir meine Rüsselung auf Null runtergeballert. Ich bin raus. Da! Zwei! Oh mein Gott! Ja, die werden... Oh Gott, haben wir die schon gesehen? Die werden jetzt zu mir rennen. Aber ich bin raus. Ich werd' mir davon den letzten absnacken. Das sind Spieler. Sollte ich nur irgendwie smart spielen. Das krieg' ich wahrscheinlich nie hin. Ja, ich bin auch schreckhaft. Entschuldigung dafür. Da ist er. Eins. Und der zweite. Ist der links? Ist der links? Oh Mann! Da! Da hinten? Da! Der ist da hochgelaufen, ne? Ich versuche hier nochmal ein paar Sekze zu joinet. Hat eben nicht funktioniert. Ah ja. Train ist coming. Choo-choo. Wie viel Schüsse hat die 4? Oh mein Gott. 4 wird schon sehr bitter werden. Ja, 4 könnte so enden, dass du ihn richtig reinballerst und beim letzten Schuss... Oh Gott. Der ist da oben drin, die Sau. Die Sau. Gönn dir! Aaaaah, Junge! I'm coming! Oh ne, der hat... Nennt ihn! Der hat mich noch nicht getroffen. Oh kleiner Ficker. Wushanka Man wird dich schon filmen. Ich hab leider keinen... Danke Man. Oh du Schissbox. Oh du Schissbox. Deine Mutti. Sehr schön. Oh ja, Dankeschön. 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 Die M700. Ich hab dich schon gesagt, ob mir so weh getan hat. Ah, nehmen wir alle mit. Zack, zack. Der kleine Ficker hier, ey. Der kleine Ficker hier, ey. Und Ranch, die schaut gar nicht bei dem Klos jagen. Ich fand das smart. Ey, schaut ganz nicht auf... Mit Ranch echt noch okay. Mit Buckshot. Joaah. Jetzt bin ich auch zufrieden. Wieso? Ich kann gar nicht nachleihen. Naja, keine... Oh. Naja, schade. Hallo Leute. Ihr habt nichts bemerkt, ne? Mit dem Krampf, Leute. Also werde ich nicht freuen. Ich hab keine Ahnung, ob der ein Freund hatte. Ich weiß auch, wer da mit der M700 nicht der beste Schütze war. Ach so, die AK, die ich mir gerade von dem blöden 50er gezucht hab. Kann ich doch nicht für 130.000 verkaufen. Ja, können. Das war doch ein geiler Scaffron. Wird so weit drauf. Das war ein sehr guter Scaffron. Na, das hat doch Spaß gemacht. Das war doch ein schöner Start hier. Beide ein Kill, beide geile Loot. So kann man das doch machen. Und... GG. Das Spiel ist lauter. Zu laut. Dann mach ich jetzt... Bin ich zu leise oder... Ist das Spiel euch zu laut? Beides. Wow. Gut. Ich hab das ein bisschen geregelt. Jonas. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der hat sich aber typieren lassen. Nicht, dass mir das auch passieren würde. Mal. Vielen, vielen Dank für die ganzen Subs, by the way. Dankeschön an Grantl Huaba für den 5-fachen Re-Sub. FC hat einen 7-fachen dagelassen. Async einen 2-fachen. Knuckles einen 19-fachen. Lockett einen 5-fachen. Niklas LFC einen 2-fachen. Fluffy Kiki einen 2-fachen. Brandnickel einen 9-Sub. Envy einen 3-fachen Sub. Was geht ab? Ja. Scafrance, Scafrance, Scafrance. Leider jetzt kein OFZ für uns dabei gewesen. Fresh Tribute einen 17-fachen. Lucius, I don't know. Wofür steht das IDK? Ich weiß das nicht. I don't know. Ja, 1-9-Nummer. Hat einen 3-fachen dagelassen. Der, dein Brot klaut. 9-Sub. Flex, ne 9-Sub. Und Just In Time hat einen 2-fachen dagelassen. Dankeschön. Ich stehe auf Strotflin, wenn ich meinen Stash so sehe. Das ist noch Quest-Überbleibsel von den ganzen nervigen Quests. Die halt so leben. Am Start sind. Und so weiter. Ja. Genau. Genau das. Jetzt erst mal den ganzen Much verkaufen. Das ist ein schönes Gefühl, wieder alle Trader auf Maximum zu haben, ne? Ja. Ja. Das habe ich echt verpasst. Kann man nicht abgezogen werden von den Leuten. Ja. Das ist echt krank. Ihr kauft meinen Schalldämpfer. Für 80.000. Genau. Chat, ich brauche noch mal eure Hilfe. M855 A1 als 556er Muni oder M856 A1? Ich weiß, M995 ist mit Abstand die Beste, aber auch fucking teuer. Ist 55 oder 56 A1 besser? Guck mal. Guck mal. Okay, ihr seid auch für A5. Äh, A555. Alles klar. 100 kann weg. Ähm, den 303er Key, den... Ich muss schon mal rein-dingsen. Wo ist mein schönes Sick Case da? Ich muss zwei Bronze Alliance jetzt finden, die Horse-Figures, Katzenhunde, Rollings. Naja, da bin ich auch jetzt bald dran. Das ist auch ein Preserve am einfachsten. Ja, und halt die Vortex und die Blackrock. Ich bin ja gestern draufgegangen, sind ja Vortex. Wo kriegt man die von den, äh... Hier, wie heißen die Dinger? Äh, Raidern, ne? Was denn? Die Vortex oder die Blackrock? Blackrock. Ja, Raidern. Heißt, ich kann die auch in... Hallo? Heißt, ich kann die nur auf Labs hin oder auch auf... Nö, die kann auch Richalie haben. Richala? Ja, da haben wir deine erste Blackrock gefunden. Haben wir die da gefunden? Du, Einstein. Ja, das war deine allererste... Da meintest du doch, oh, die verhalte ich jetzt. War das dort? Hm. Aber ich guck mal nach. Wenn ich Labs ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Ja, Labs, äh, Labs-Schmepps. Bin ich dreimal in meinem Leben gegangen. Der pure Horror für mich. Da reinzugehen. Warte mal, das Ding war, glaub ich, fucking teuer. Das ist schön, dass da auf dem Vicky nichts steht drüber. Nee, doch nicht. Dann geht dann halt alles an Mechanic, whatever. Boah, ein neues Ammo Case. Ich bin vollkommen überfüllt. M61. Ist M62 oder M61? Okay, M62 offensichtlich. Ich bin vollkommen überfüllt. Ah. Der purettereouthe ist es ist nicht mehr toll. Da ist auch noch was drin, Alter. Skevruns sind so fucking, du nimmst halt einfach alles mit. Ich nimm zumindest alles mit. Wie toll ist denn gerade die Red Key Card, wenn wir schon davon reden. Ich hör mal auf, ey. Will die wieder haben? Ich war damals so stolz, als ich komplette Lab-Sachen hatte. Ich weiß nicht warum. Viel Spaß beim Farmen, ey. So. Wahrscheinlich hat das jetzt so lange gedauert, dass hier alles wieder in Ordnung zu bringen, dass wahrscheinlich der Dingens wieder neu gestartet werden kann, oder? Der Skevrun. Banner ist ready. Nee, Violet Key Card ist super billig aktuell. Die liegt bei 3 Millionen. Obwohl sie eine echt, echt gute Key Card ist. Ich meine in 5 Minuten. Äh, ja dann lass, äh, Customs oder was? Ei. Ich darf aber kein Buchstack vergessen. Kein auf. Äh, iFax wird auch Hilfe, Beispiel. Und nimmst du Schlüsselchen mit, soll ich Schlüsselchen mitnehmen? Ich hab Schlüssel dabei. Ich hab Schlüssel dabei. Du hast Schlüssel dabei. Wir spielen dann immer zusammen. Eigentlich. Ja. So gut wie immer. Wenn der menschliche Körper keinen Schlaf bräuchte. Gibt's eigentlich eine Hilfestellung für neue, wo die Exits sind? Ich such mich echt dusselig. Äh, du kannst halt, gibt halt gute Seiten im Internet. Kann keine Links reinschicken. Äh, einmal EFT-Wiki gibts halt und da kannst halt dir die Maps-Seiten ausmachen. Es gibt aber auch noch andere Seiten von GameMaps.co.uk slash GameSlashTarkov, sowas zum Beispiel hilft. Ich hab ja mal in den Chat gepostet. Ah ja, perfekt. Äh, da kannst du halt dann die Maps angucken. Ansonsten halt offline üben. Hab ich, glaub ich, bis auf Labs aber nirgendswo gemacht. Sondern einfach immer reingegangen, viel gescafft am Anfang. Bluhaar haben wir geübt im Offline-Raid, das weiß ich noch. Sat.1 hat ein Bundesliga-Paket neun Spielen im Free-TV erworben. Oha. Äh, ja. Okay. Ich bin immer noch dafür, dass das alles auf einem fucking Kanal läuft. Ist mir scheißegal wo. Meinetwegen alles im Free-TV, meinetwegen alles auf Sky, meinetwegen alles auf der Zone. War alles zusammen. Aber nicht dieses zerstückelte Scheiße. Das, was vorher der ZDF war. Was war denn vorher im ZDF? Das heißt Bundesliga-Start, Bundesliga-Ende. Relegation, ach sowas. Ah ja. Ja. Ja, Relegation. Ich muss ja sagen, war gestern eine sehr lustige Konferenz, glaube ich, in der zweiten Liga, oder? Hallo, Anton. Sehr schön, Niklas für die 100 Bits. Dankeschön, Ranziger Dan für die zweifachen Re-Sub. Zayu Kazan hat neun Sub rausgehauen. The Tropic Trophy hat neun Sub rausgehauen. Xoradas ne 22-Fachen und Zeradras ne neun Sub. Dankeschön. Ich würde es ja feiern. Also Heidenheim, Relegation, egal wer dann letztendlich in der ersten Liga ist. Aber ich glaube, Heidenheim war noch nie in der ersten Liga und ich würde das einfach feiern. Underdog-mäßig. Tut mir leid an alle Fans, die dann halt absteigen oder nicht hochkommen. Ne, er ist eher absteigen. Aber ich würde mich schon freuen, wenn Heidenheim erste Liga schaffen würde. Das wäre schon witzig. Werder tut mir richtig leid. Aber dann haben sie wenigstens ihre schönen Derbys wieder mit dem HSV nächste Saison. Für den Community GPO hab ich tatsächlich, ich hab seit dem letzten GPO Formel 1 nicht mehr angefasst. Das Trauma ist einfach zu groß, was hinterlassen wurde nach diesem tollen Sieg. Okay, das wird mir Spaß jetzt. Na, pass auf da vorne. Jaja, I know. Das muss jetzt hier nicht die schnellste Runde werden von heute. Sagte er. Da ist wer oder bist du am Zaun? Nein. Oh Gott, ich sag doch. Wo ist der, links oder rechts? Vor mir, geradeaus vor mir. Ich hätte Nades mitnehmen sollen. Oh. Der letzte könnte gehindert haben. Rechts hinter den Zügen. Da wo die Liquids sind. Ja, da rechts. Genau. Ich pushe, pushe. Ich pushe, pushe. Tot. Ah, dann Headshot kassiert. Hast du. Schönes Ding. Danke, danke. Das ist doch wer. Warum hab ich mein E-Fack nicht? Brauchst du einen? Ich hab beide Beine weg geblackoutet. Ne, ne. Alles gut. Ich hab blut, ich blute gerade. Oh Mann, Alter. Du musst ja die, mach die PMCs mal da alle bitte weg. Du hast Heilung dabei, ne? Ja, ja. Weil ich hab zwei E-Facks dabei, im Zweifel. Ich hab meinen anderen vergessen. Super dumm. Hab ihn. Jetzt hast du die Quest schon direkt geschafft. Ja, der ist vorbei. Perfekt. Sehr schön. Ich geh mich mal reparieren. Ach, Mann. Bin kein Freund von M4. Ah. Oh. Das hat geknackt in meinem Gelenk. Ah. Autsch. Wie schafft es Jane neben den Aufnahmen trainieren, Terminen, Freunden etc. noch bis auf Level 42 zu kommen. Und ich schimmel immer noch auf Level 15. Äh. Freundin ist aktuell sehr beschäftigt wegen ihrer Doktorarbeit. Das heißt, ich hab sehr, 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 sehr viel Zeit zu zocken. Kann ich bestätigen. Das ist ab Mittwoch nicht mehr der Fall. Weil... Da ist wieder mehr Freunde Zeit dann angesagt. Nur. Dann wirst du dich dann leider, äh... Ne? Ja, ja. Ich versteh schon. Ich hab dich klassiert. Dann bist du wieder hinten angestellt. Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich meine, ich kenn die Zeit vor der Doktorarbeit. Das hat sich irgendwie nicht groß anders angefühlt. Das stimmt doch gar nicht. Klar. Ab 18 Uhr ist dann Zeit für Freunde. Dann kann ich dann kochen und aufräumen. Und sobald die pennen, geht's weiter. Er hat halt ein einstrengendes Leben. Du oder sie? Sie! Ja, das stimmt wohl. Und dann kommt sie rein, was sie die Eckern jetzt nicht. Ja, mitten im Fight mit PMCs und so ner Scheiße. Ihr kommt immer zur falschen Zeit. Immer dann, wenn's mitten im Fight ist alles. Ja, ja, ja. Irgendwann dann. Ich muss meine Waffe nachladen, hab ich grade vergessen. Also gleich irgendwann. Das heißt ab Mittwoch spiel vor Eier Uhr auf. Tarkov. Ja, muss ja, weil... Sniper's geflickt von da oben. Oh, Alter, ich will doch nur fucking Skeps killen. Also ihr freut sich schon Mittwoch. Pokémon. Warte. Was ist denn Mittwoch? Da kommt doch wer. Oder bist du das? Ich bin jetzt am Loch sitzen. Du bist satt. Am Mittwoch ist doch wieder Pokémon Vorschau. Hör mal auf, ey. Soll ich dir ein WhatsApp schreiben? Ne. Ich guck mir das selber an. Was? Ja? Ich sollte dir ein WhatsApp schreiben? Nein. Unbedingt. OMG. Das ist dein Header. Ich schreib dir ein WhatsApp aber mit Pokémon Sleep, was angekündigt wird, ja? Mach, mach. Das darf ich ja noch. Zumindest mein Pokémon Sleep will ich mir gönnen. Mach, alle tote Skephir, ey. Was soll das denn? Und ranz. Nur wegen dem scheiß Anfang hat die einem da auf den Sack gehen müssen. So. Du bist schon weiter. Hattest du im Elsig? Nix. Ja, aber ich chill hier. Ich warte hier auf dich. Oh. Oh. Nach der Runde das Spiel neu starten. Gab ein Tick. Oh Gott. Äh. Wo? Bei dem komischen Liquid Tail. Habe ich nicht gekillt. Ne, der rät nach rechts hinten weg. Der ist jetzt schon am Wellcontainer. Komm, ich geh in den Handen. Let's fucking go. Ich hab meine Quiz fertig. Get him. Wuff. Du schießt? Ja. Da war ein Skeph noch drin. So? In der Biberbutze. Guck mal. Mittlerweile habe ich drei Schalldämpfer dabei. Ich will dich doch nicht mehr drauf gehen. Hättest du ja bestimmt eh verpisst in den... Hab ihn. Ja, ich bin ein Tier heute. Heute läuft bei dir. Heute liegt auch die Schaller. Oh Gott. Ich wurde geflasht. Habe ich mich gerade erschrocken. Scheiße. Von wem? Von Ihnen? Oh Gott. Oh mein. Ne, irgendwas schläft hier. Oh Gott. Noch eine Flash. Oh ja. Die kommen von hinten aus dem Loch. Aus dem Loch. Aus dem Loch. Glaube ich. Pisse dich da. Ich höre ganz kurz mal mein Ärmchen. Nein. Hast du den gehittet? Nein, nein, nein. Ich habe den gehittet, aber Tod ist anders. Tod ist kalt. Ich habe die aber auch nicht gesehen, als ich drüber geguckt habe. Na, ich habe ihn schon ziemlich gesehen. Ich gehe mal hier den Dude looten. Level 26. Ich kriege mal meinen Jog-Kills mitgenommen. Alter. Oh, ich kann jetzt einen Helm aufziehen. Geil. Und Kopfhörer. Ja, ne, die tue ich mir nicht an. Der hat die billige Kopfhörer. Da kriege ich nur Kopfschmerzen. Aber das ist sein Mate? Der hat auf jeden Fall wahrscheinlich Flash-Kills gemacht. Warum macht ihr die denn hier und nicht einfach auf fucking Factory? So Quatsch. Vielleicht ist das kein so tryhard wie wir. Ja. Tja. Keine Ahnung. Der kann jetzt halt irgendwo auf uns warten, ne? Ja, also wir können auch ruhig weitergehen. Du brauchst ja deine Team C's. Äh, deine... Scafis. Das bringt uns da nichts, wenn da alle vorlaufen und die wegclearen. 43 Schuss habe ich noch. Da bist du nicht gewesen. Das weiß ich nicht. Steht vor mir ein Spieler. Ich dachte erst, das wärst du. Da ist noch wer. Hab ich's. Nice. Was? What the fuck? Ich dachte erst, das wärst du. Ich nicht. Ah, der hat ne geile MD7. Ah. Langsam wird's echt eng mit meinem Platz. Tschüssi. Die will ich gerne mitnehmen. Kann ja aber nicht. Hier ist noch ein fetter Helm. Oh, das tipp? Das hör ich gerne. Vierer Helm. Guck mal. Eine Munition neue. Warte mal. Die Käse lebe ich noch. Ich hab hier äh Saliva. Also in dem hier liegt noch eine Saliva drin, wenn du die willst. In die AVS, wer es zu geht hat? Warte, wo ist der andere Spieler gewesen? Ich bin gerade an dem Spieler. Lol, das geht ja wirklich. Danke, Chat. Hi. Ah, das war's dann mit meinem Helm. Danke, Chat. Sniper-Scap ist weg. Alter, halt. Läuft er mit der TX hier rum, ey. Das ist aber immer noch nicht die, die wir geflasht haben, ne? Also die sind immer noch, hier ist immer irgendwo noch wer. Sag doch, hier geht's immer ab. Was sind das heute für Wunden? Alter, ich muss mal wieder Munition hier rüber ziehen. Alter, der hat voll das Much-Visier da drauf. Scheff. Oh, Scheff. Ich hör'n Scheff. Ich hör'n Scheff. Na, die ist immer noch nicht. Oh, von wo? Ich verg's mal. Eine TX? Ich sag' mal, dann habe ich eigentlich gut gehittet. Der ist tot. Der liegt doch da. Wo? Nein, 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 nein. Ich sag' nichts. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nice! Oh Gott! Fack das auf 4 Leg dich da irgendwo in die Ecke hin Das ist der, der geflasht hat Ich kann keine Kinder mehr kriegen Okay, als allererstes den Magen Alter, hierfür reparierst du dich? Ja, okay Sound hab ich leider nicht über Parsec aktuell Wie hierfür? Nein, ich würd mich halt irgendwo in den Gras da in die Ecke da hinten legen Ach so, ja, weil meinen Magen will ich so schnell wie möglich haben Also ich bin noch sehr, sehr fett ausgerüstet Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie ich den ganzen Scheiß jetzt gleich anfangen soll mit looten Na, vielleicht hat er irgendwann einen größeren Rucksack dabei Jace WhatsApp Nachrichten Geh jetzt einfach mal davon aus, dass er keine Freunde hat Von so einem Bob lässt du dich umlegen Er hat mir halt den Rücken geschossen Ja, jetzt ist halt die hässliche blaue Rüstung, die ich haben muss Ja, ja, klar Ach so, hab ich gerade drei ungelesen Die Rucksack kann man sich auch gönnen Nimm die Shotgun, schmeiß die weg Das ist schoddy Ja, dauert jetzt ganz kurz Oh, Natsle Ja, die hatten alles Oh, Alter, defu Belastend Dat kann weg Dat kann rüber Dat muss rüber Dat kann rüber Dat kann rüber Tschüss Stream geht circa bis 15 Uhr, heute Pfff, torches If you will plug Dat ding Die scheiß Rüstung, ey Jetzt sehen wir, glaube ich, zwei Scafs noch Oder einer, ey Zum Kotzen Ich muss hier ganz kurz weg Bevor ich weitermache mit Doktorspiel Aber wohin? Da links in den Busch Obwohl, das hört jeder, das Schnibbeln Hat Noah doch noch seinen Helm bekommen Ja, toll Hätte ich mir auch lieber den gegeben Ja Aber eine schöne Waffe Ich weiß nicht, wo er die her hat Aber schick Tu mir natürlich leid, dass ich gerade da halt die Waffe nachgeladen habe Für ihn Weißt du, ich bin gerade Da stehe ich auf Letztend stehst du vor mir Aber du standst halt woanders im Parsec Das ist so hilfreich Halt einfach Parsec offen zu haben Wenn man zu zweit unterwegs ist Ja, auf jeden Fall Da siehst du halt immer, wo der andere ist Und dann konnte ich den halt abschießen Ohne nachzufragen Alter, mein Herz Oh toll, du hast den Schlüssel Ach, schau Da kann man nie drauf Ja, ja Nimm dir halt selber mit Ja, hätte ich auch Aber habe ich jetzt halt nicht Passiert Dankeschön an Alter, Delta, warum ist das so gemein? Sorry, Jay Das ist zu Recht Delta ist schon Delta ist schon Einer meiner Lieblingsmods Möchte ich sagen An der Stelle Delta ist schon ein guter Dankeschön Axorada sind 22-fachen Re-Sub Ceradras hat einen neuen Sub dagelassen Official Ventern 18-fachen Juni einen 11-fachen Axon einen 13-fachen Weber Grilli einen 9-Sub Und Nico 1337 16-fachen dagelassen Dankeschön Ich warte mal wieder Rackfest ab Ja, ich habe gestern gesehen Dass jetzt Beleidigungen Hate Und Sexuelle Anspielungen Und bla Auf jeden Fall Alles mögliche Jetzt Im Netz Quasi auch mit Freiheitsstrafe Bestraft werden kann Jetzt sind wir uns Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher Ob wir noch Rackfest in der Art und Weise Aufnehmen dürfen Oder irgendwelche anderen Online-Spiele Ich glaube, dass Delta sagt Ich habe mich sexuell genötigt gefühlt Als ich ihm von hinten Reingerammt bin Ja, dass Ne? Dass ich dann nachher Im Knast bin Ja, dann bestimmt Du darfst ihn beleiden Bram ist Bram ist sehr gefährdet Ja, Bram Bram ist auf jeden Fall Gefährdet Oh, langsam Langsam geht wieder Leben In mein Gesicht Kann auch schon langsam wieder Ein bisschen die Nase rum Ach stimmt, du hattest heute Zahnarzt, ne? Ja, aha Hab ich schon wieder komplett vergessen Richtig geil gewesen Die Zahnarzthelferin Hat es auch geschafft Oh, oh, nein Nicht jetzt Jetzt mal den Schlüssel Ah, Reshiala Der ist ja offen Ich wollte gerade so eine schöne Geschichte Von der Zahnarzthelferin erzählen Ja, erzähl bitte weiter Ich brauch gute Gedanken Oh, nein Ich hab nichts mehr zu heilen Ah, Nifa Klar Ich schiebe das auf Ich würd's nicht aufschieben Zahnarzt Immer zum Zahnarzt gehen Also die Zahnarztthelferin Hat es geschafft Mehrmals Mit diesem blöden Absaugschlauch Gegen meine Zunge zu stoßen Wo genau die Afte ist Und das ist nicht betäubt gewesen Zum Kotzen war das Hat richtig weh getan Das ist die krasse Geschichte Wie sah die denn aus? Worauf möchtest du jetzt Was möchtest du jetzt von mir hören? Wie die Afte aussah Die Afte? Ja klar Alles andere wäre ja Sexuelle Belästigung im Netz Weißer Fleck auf der Zunge Geil 7 bis 14 Tage bleibt das Auch geil Gut B Auch geil Ja, wir laufen jetzt mal eine größere Runde Da hab ich mich Spontan für entschieden Sonsten Äh Ist ein gutes Team die beiden Der Zahnarzt und seine Helferin Seine Zahnarzt Fachangestellte Ne technische Ne, wie heißt denn das? Zahnmedizinische Fachassistentin Heißt das bestimmt, oder? Wenn das die Zahnmedizinische Fachassistentin ist Das ist bestimmt die Zahnmedizinische Fachassistentin Dann schenke ich aus Dank die Gesichtsauna Alter Die Gesichtsauna Ich weiß nicht, was ich mit dem Scheißding machen soll Schenkst du mir? Steht hier Steh auf sowas Als ob du auf sowas stehst Will kochen Das kochender Wasserdampf Dir in die Gesicht Ja, ich mach das im Normalfall Mit einem heißen Topf Und dann Mit einem heißen Topf Kann ich das ja auch verstehen Ja, aber Du kriegst halt Ich verstehe das ja mit der Wärme Aber du kommt halt immer In so Schwalen Kam diese Hitze raus Das ist einfach nur Müll Rate mal durch was sie kommt Wenn man reinpustet Durch Atmen Na, wenn du reinatmest Was passiert dann? Kommt Hitze raus Ist das nicht perfekt für Bram? Schon Gras rein? Kann man damit hotboxen? Ne, leider nicht Also Ich wollte gerade sagen Du müsstest doch das Gras entzünden Oder? Damit die Stoffe raus frei werden Kannst du ja nicht einfach nur Mit heißem Qualm machen Also das ist das Leider hat jetzt keiner gehört Du kannst theoretisch Ja, ne Eigentlich kannst du damit Nichts in die Richtung machen Drogen sind böse Ja, sehe ich genauso Außer wenn sie helfen Oder würdest du sagen Du hättest heute beim Zahnarzt Lieber ohne Betäubung gemacht Äh, ne Ja, schau Auch Drogen Der Zahnarzt hat auch Glaube ich Eine Minute zu früh angefangen Die erste Minute War nicht so angenehm Aber ich hab Durchgezogen Ich fühle das halt immer so doof Wenn er schon angefangen hat Zu bohren Weißt du Da ist er gerade In der Konzentration Weißt du Dann muss ich halt einmal Die Stunde Kannst du mal Einen Satz sagen Wenn er so mitten im Board ist So, könnten wir mal kurz Pause machen Ich kann ja die Hand heben Aha Sagt er Stopp Bei meinem Zahnarzt Das ist immer richtig schön Wenn man am Zahnarzt ist Dann sieht man wie die Viecher Dann die Küken In der Luft zerreißen I did it Geht's jetzt Dankeschön Alter, der war da Rechala Aber auf den hatte ich Jetzt keine Lust Ach Rechala war das Das habe ich gar nicht mitbekommen Das habe ich gar nicht mitbekommen Dass das Rechala war Da musste ich ja einmal Außen rumlaufen Das habe ich nicht mitbekommen Tatsächlich MRT 1, 2, 4, 6 MRT hat einen zweifachen Drei-fachen dagelassen Bürgi einen dreifachen Chris Bumpitz einen neunfachen Und Officer Cartman einen vierzehnfachen Dankeschön Okay, wie viele Kills hast du gemacht? Also da bin ich schon raus Ja, aber wie viele Du hast so richtig viele 4 oder 5 Du hast 4 oder 5 Alter, krass Ich habe schon viele PMCs Ich sage mal Die AVS hat noch 2 Leben Mir geht's nicht mehr ganz so gut Also ich habe Alter, wie viele Doctags habe ich denn? 1, 2 Kills habe ich auf jeden Fall Dann hast du da einen Dann 3 habe ich Ich habe mindestens 4 Weil 4 Doctags habe ich Aber ich habe auch nicht jeden Looten können Delta hat Kurzarbeit Oh nein Ja, kann man mehr Streams Äh, beaufsichtigen Ja, geil Das ist der Tolle Ganz tolle Sache Guter Trade Ja, da freut man sich doch Ja, die Corona-Crise ist Äh, nicht so geil für Arbeitsmarkt Ich habe es ja gemerkt In der Gastro Wir haben es versucht Und irgendwann hieß es dann Shutdown Boah, gönne ich mir wirklich Nochmal mit dieser 20er Rüstung Die unter Oder soll ich mal einfach Neue kaufen? Ich glaube, ich kaufe mal einfach Neue Kann ich die verkaufen bei Skia? Kann man nicht mal Okay, dann behalte ich sie noch Dann wird nochmal Richtig gefladdert Oh, Delta muss gleich In die Spätschicht Ich wünsche dir trotzdem Viel Glück Und dass es schnell rum geht Auch wenn du die ganze Zeit Gemeins zu mir bist Bah Ist er wieder am Einschleimen Sich der Noah Ach, Einschleim, Einschmeimen Wenn man Irgendwohin verschoben wird Wo man echt keine Lust hat Zu arbeiten Weil es da einfach Beschissener ist Dann finde ich sowas immer mies Da hat jeder Verdient Zu hoffen, dass es schnell rum geht So Deutsche Sprache Schwere Sprache Schwere Sprache No Skipping Bis ich die ganze Das ganze Zeug Ich sortiert habe Diese Waffe Hat nicht genug Space Wie viel Space soll ich dir geben? Zwei Felder um alles herum So ein Quatsch Ein nerviger Bug beim Morden Ja, weil man da natürlich die Dinger einlegen muss Anstatt da hin Dass sie das noch nicht gefixt haben Ja, das ist schon ewig drin Richtig nervig Den Müll kann ich sonst mal wegpacken Das kommt da hin Das kommt da hin Das kommt da hin Wir machen jetzt so ein Scaf Run, oder? Ja Ich muss aber trotzdem Minimal Platz machen Ja, ja Ich will mich auch gerne am Haus Sonst kann ich gleich den Scaf hier nicht reinballern Komm, ich verticke das einfach alles an mich hin Geht schneller Das waren 400k Run Wenn ich alles verkaufen würde, wären es ungefähr 400k Dann hat sich das doch gelohnt Ja, alleine die TX ist 150.000 wert Die MP7 ist auch nochmal 100.000 wert Das Factcase bekommt man durch eine Quest von Therapist Da muss man drei Lettics abgeben Boah, Alter Lettics ist gerade so teuer, ne? Gut, dass ich das schon gekauft habe 2,5 Millionen Alles weg Stört mich nicht mehr Hätte ich die mal gekauft, ja Hätte ich die mal vorher gekauft, das ärgert mich Ja, wurde ich noch auf 1,5 Millionen Und ich bin nicht beschwert Epp Warum sind die so teuer? Da hat man nämlich auch das Geld Wie teuer ist das M4-Bild? Das ist nicht teuer Aber einfach irgendwie Relativ billige Ist das das Budget? Ja, da habe ich Einfach noch Das ist auch viel zu viel für die Scafs eigentlich Die ist aber auch nicht geil Ja, aber trotzdem hat die gerade im Fight schon gut gemacht Die war jetzt im Fight nicht useless, sag ich mal Ich habe einen gekillt Ich weiß noch Eine Fight, wo wir da zu viert Als wir da die vier Gegner hatten Weil hier kannst du halt Ich bin da einfach Ich bin kein Freund davon Ich muss die einfach hier Für die Quest Guck dir, aber ich weiß, die verzieht hier Also das ist alles andere als Ziel sicher Die ist halt nicht geil Muss ich eigentlich nur tappen Die ist ja auch scheiße gemoddet Ja, das stimmt Die soll aber nicht teuer sein Die sollen nur Scafs killen Das reicht ja So, ich habe jetzt gerade erstmal keine Quests mehr bei Skier Hä, M855 war eins, sollte doch besser sein Mir wurde gerade vom Chat gesagt, dass 55 besser ist als 56 Schreibt einer, dass 56 wäre besser Riech verwirrt Egal So, ist Gev, ne? Yo Was ist denn? Ja, meine Waffe ist auf jeden Fall Premium Von dem, was wir gerade hatten zu dem jetzt Und was ist die Pistole? Ach, scheiße Ich weiß Also klar kann man sich besser Na, Budget AK Kau Bauen Aber Problem ist da nicht Queste Und dafür braucht man die blöde M4 Was sind denn eklige Was sind denn Tracer Was ist Tracer Munition genau? Das ist die Munition, die leuchtet Wenn du schießt Die 56 ist halt eklige Tracer Achso, damit man sieht, wo die Herkunft ist Dann scheiße Die werden ja im Militär bei fetten MGs benutzt Da ist dann jeder, ich glaube jeder 15. Schuss oder jeder 10. Der Tracer Dass die quasi sehen, wohin die Streuung geht vom MG Ah Darmfleischblut Darmfleischbluter Murphy Das heißt Zahnfleischbluter Murphy eigentlich Dankeschön für den 4-fachen Resub Mr587 hat einen 26-fachen Resub dargelassen The Mighty E-Fox einen 7-fachen Planet Seed einen 42-fachen Akanta einen 3-fachen Rabenfürstin einen 8-fachen Dankeschön Wieso habe ich eigentlich wieder so einen Murs-Skev Und du hast so einen coolen Skev Brutal Du hast eine Schau mal deine 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 Rick an Meine Rick Ich habe eine Packer Okay Was hast du? Wir haben eine scheiß Pistole Ja, okay Was ist deine Lieblingswaffe, Jay, aktuell? Wenn ich aussuchen würde Ja Schwierig Ich habe am Anfang Am Anfang des Spiels ist Ada definitiv Die Ada meine Lieblingswaffe Das stimmt Am Anfang ist die Ada ziemlich strong Da fand ich die Ada sehr geil Ich bin wirklich Ewigkeiten nicht mehr Mit einer Waffe gespielt, die ich gerne spielen würde Das stimmt wohl Wir sind Gefangene im Creston Ja, ist so Chronische Darmkrankheit Okay, das ist natürlich uncool Boah, aber Darmfleischbluter Das hört sich schon echt krank an Und bei mehr Bei mehr Bei mehr Verwandtschaft Haben die Morbus Kron Das ist nicht geil Ja, ich wollte dieses Mal Aufstream Aber ich wurde ein bisschen Überrannt Bin aufgestanden Hab in Whatsapp geguckt Jo, wie sieht's aus Von 12 Uhr Es war halb 12 AS-Wall Aber jeder hasst dich dafür Warum? Sollte man einen hassen Wenn man mit der AS-Wall spielt Die ist doch eigentlich ganz geil Ich freue mich immer Wenn ich einen mit einer AS-Wall umlege Ja Also ich finde die auch geil Ach, OP Deswegen Die TX-15 Ja, die Ja, da hab ich einem Ne richtig schicke Gezockt Auf Mit der Mit der Budget M4 Auf Interchange Das weiß ich noch Warte Wann war das? War das vor kurzem? Äh Da warst du schon kaputt Wo die dann Ja, das ist in letzter Zeit öfter so Leider Ne, wo die dir Unten beim Umdrehen Den Headshot gegeben haben Als du beim Rondell warst Ah, ja Und ich dann die Runde gelaufen bin Und die dann wiedergekommen sind Und dann ich die beide Über den Haufen geschossen hab SVDS ist mein Ding Egal welche Map Okay, SVDS ist auch eine geile Map Da freue ich mich auch schon Eigentlich drauf auf die Runden Weil die halt schön knallt Ich hab nicht so eine gute Recall Control Deswegen finde ich die One-Shot Also die Einzelschüsse Eigentlich besser Ja, ich brauch wieder Ewigkeiten Scheinbar Bin ich Ich bin am Toten Scaf Ah, du bist schon drin Ich bin Äh, auch Naja, ich seh dich Musst ja doch Katzen finden Und so ein Shit Einmal rein Ne, ich konnte Jetzt heute nicht streamen Das war zu spontan Leider Immerhin haben wir Zeug zum Looten Blöder Weise Wenn jemand entgegenkommt Bin ich tot Ja, hier unten ist der auf jeden Fall Bleiben drin Äh, ich geh ganz kurz die Intelligence Spawns ab Was sind denn die Intelligence Spawns? Das war kein freundlicher Akt Von denen Boah, hier ist keiner Gut, eine TX-15 Habe ich ja jetzt auch eine schöne gezockt Nicht auf mich bitte Ich habe Frau und Kinder Oh, ich bin tot Ähm Drittes Schulgebäude auf dem Dach Ja, dann muss ich da ja nicht hin Sniper Also auch Nicht in Äh, äh Ne? Ich muss sagen EFT hat eigentlich Eine echt gute Community No Eine Tank Battery Is a Tank Battery No Mann ey Da bist du einmal nicht in dem Scheiß drin Bist direkt bestraft Na einmal nicht als PMC spielst 800k oder wie teuer ist die Tank Battery aktuell Ich muss die aber noch für die Quest in Raid finden Muss keine mehr Endgame finden Na ich habe die damals verschnitten Ach du hast die damals verschnitten Ja, ich erinnere mich Als die Autobatterie bei 400k war War mir das alles ein bisschen zu teuer 700 bis 800k Aha Ja, gerade ist die auf 600k runter Also Noch verkraftbar Ich finde das so scheiße Dass man die OFZs nicht Basteln kann im Hideout Ja, kommt vielleicht noch Das ist echt kacke Ja, die kommt immer dann zu spät Wenn man schon durch ist Waffenparts Ey, geh dich vergraben Was ist denn hier dieser OFZ Zeugs Hä Die war schon offen Super, ist halt auch hier schon geloadet Aber man kann ja immer hoffen Dass die Leute blind sind Ich habe übrigens ein Patch tatsächlich Ich habe jetzt mal neu gestartet Ich habe ein Launcher Update Was ist die Scaf Kiste Achso, okay Hey, warte mal Mit Moonshine Am Ich mache die ganze Zeit Moonshine In letzter Zeit Haben noch nicht gekriegt Also so 4,5 hatte ich jetzt gemacht Da habe ich leider noch nichts bekommen Aber vielleicht kommt das ja noch Aktuell gebe ich meinen Moonshine dafür aus Ist dann ja auch wieder ready sein Könnte ich gleich mal gucken Pack Opening Ich habe halt keine Ahnung Woher diese Spawns sind Oh, das hört sich nicht gut an Oh Gott Das Geräusch nicht hier irgendwo Das schildert er da einfach auf dem Panzer Dann machst du nichts Hatte mir einen Headshot gedrückt Ich hatte eh nichts von daher Er freut sich Ich hätte dem denn Nate Einfach ins Gesicht werben sollen Hattest du eine? Ja Eine Krasser Typ Er ist auch Scaf Player gewesen Mir fehlt ein Scaf auf Interchange Schade Mad Mike Dankeschön für den neuen Sub Vielen, vielen Dank Äh Äh IPAC Opening Woher das Sick Case? Ich habe relativ früh zu Beginn darauf gefarmt Man kann das ja eintauschen Da war alles noch billig Hab mir damals die Das D-Fuel Und die Was ist das? Propan Gas Tanks Nee, das ist falsch Das ist Ähm Hat er mal Red Rebel Nägel Äh Paracord Genau Und Jäger Ja, ich habe relativ früh gekauft Wie viel hat das gekauft? 500.000 haben wir glaube ich gezahlt Und die haben Sick Case gefunden Stimmt, und eins hat er noch gefunden Ich habe drei Sick Case Eins habe ich gefunden Und zwei habe ich ertauscht damals Ja, ich habe auch zwei So, ähm Launch Update Pack Open Pack Open Mach Pack Open Launch Update I got a Launch Update Ah, okay Steiche Spiegel Skaff Gönnen 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 Nein Einfach nein Mega Das ist belastend Ja, ich Skaffs gönnen Noch nicht Ich denke, dauert es ja noch bis ich Mondschein herstellen kann Komm herr, noch ein bisschen schneller hin Noch eine Stunde 40 Das ist ja echt scheiße, ey Da war ja eine Kackrunde Wie ist mit Frechheit, wie teuer Rolexe gerade sind Das war Minusgeschäft So, ich habe jetzt sehr viel Geld ausgegeben Das ist meine Skeftbox anfängend Jetzt habe ich noch eine Million Hm, wie viel hast du vorher gehabt? Hm, 3,5 Ja, in den, in den Geldapfel musst du auch schon beißen, ey Sau Ja, ich weiß Trotzdem immer wieder weh Äh Ich bin jetzt eigentlich davon aus Stimmt, ich bin eigentlich dafür ausgerüstet Stürmen wollten wir machen, ne? Wir können Stürmen machen Jetzt ist das Update, ne? Ja, 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 ja Ey, wirklich, ne? Muss wir ja erst noch ein paar Snipers basteln Weil die, die zurückgekommen sind Haben irgendwie alle kein Visier mehr Finde ich nicht, nett Dann kaufen wir uns was Wrecky Wreckman Ja, das sieht doch ganz okay aus Spiel Neustart So, der Plan ist jetzt Skeftbox legen auf Wutz für Noah Und Jay möchte 3 Pincs killen In einer Runde Wird schwierig Ähm, Noah sagte Launcher-Update gab es oder so Deswegen Für mich glaub's auch nichts Da hab ich das mal eben runter Das ist eine schwierige Quest jetzt Die wir da vor uns haben Das heißt nicht Scaff, sondern Scaff Echt, heißt das wirklich Scaff? Das heißt doch Scavenger Hä? Scavenger So ein Quatsch Als ob das Scaff heißt Das ist der Scavenger Es gibt ja Alter, ich muss das runterladen Und richtig installieren Mit Setup und allem? Okay, so krank war es bei mir nicht Das hatte ich vorhin schon Also jetzt noch ein kleines Update Keine Ahnung Ich könnte ja trotzdem mitspielen So ist das nicht Welches Headset Ich am liebsten benutze Ja, entweder die richtig guten Und von denen Die man halt so bei Rackman kauft Finde ich das Sordin besser Als das Comtag Aber das ist Geschmackssache Glaube Das ist wirklich Geschmackssache Auf jeden Fall nicht das erste Das ist Mucht Das spiel ich fast lieber ohne Weil dann erschrecke ich mich Nur weil du so laut einfach Weil alles so laut ist Jetzt geht es der 7 in 1 Am Munizur wieder in den Kragen Aber ich kann verstehen Also ich spiel Comtag und Sordin Ich verstehe Ich sehe da keinen Krass großen Unterschied Wenn ich kaufe Hol ich mir die Sordin Aber ich spiel auch ohne weiteres Comtag Also das ist mir Ich finde ich auch gut Poker hat einen 19-fachen Da gelassen Soldat Holzkorb einen 7-fachen Firearm Grey Monk einen 15-fachen Und Gallien einen 19-fachen Dankeschön Oh ja Ich kann langsam lächeln wieder Läuft Ich habe immer Angst Dass wenn alles betäubt ist Dass das dann bleibt Ich habe immer noch ein bisschen Heilung mit Das wird jetzt nice Schön wutz Schön kämpfen Bis in den Tod Ich habe sogar meine Glücksgesichtsmaske auf Tipps um effizient Geld zu verdienen Jetzt In Tarkov Oder in Also es gibt da die J Foundation Ja da kann ich gerne mal ein Konto Posten Da ist die Wahrscheinlichkeit Nicht so schlecht Dass das Geld vielleicht verdoppelt zurückkommt Vielleicht aber auch nicht Und in Tarkov Genau Creator Code Pete Speed Richtig Noah Warum sagst du hier nichts Ja ich habe mich halt gestreckt Leute Aktuell gibt es hier ein neues Spiel Auf Epic Games Umsonst Welches denn? Keine Ahnung Epic startet gerade Warte Du hast zu früh gefragt Und wenn ihr gerade zufällig im Epic Store seid Und was seht Was ihr kaufen wollt Ne Arc ist glaube ich schon vorbei Ja Epic startet gerade Ja Und wenn ihr da was seht Dann könnt ihr den Creator Code Pete Speed benutzen Unterstützt damit die Jungs umsonst Ja Und Ja Das war es eigentlich schon Ihr unterstützt die Jungs Und habt ein geiles Game Hashtag Werbung Hier Pathway Gibt es aktuell umsonst Pathway Umsonst unterstützt du uns nicht Wenn du dann Wenn du dann Wenn du dann umsonst Ist Wenn die Weißt Und wenn die Creator Für Pete's Me zahlen Dann kriegen wir 0% Provision Das bringt uns Äh 0 Euro Aber so bringen wir sie dazu Die Epic Games Launcher zu öffnen Pathway ist ein Roguelike Ist Pathway ein Roguelike? Oh ja es ist ein Roguelike Oh ja es ist ein Roguelike Oh ja es ist umsonst Leute Das nächste Das haben wir ja Ich muss mal gucken Ob die Jungs das gespielt haben Das ist ja für nur ein Versuch Ich bin schon dabei Aber ich wüsste jetzt nicht von Pathway Pathway Mal ein Versuch Schau Also mit Pathway locken wir sie in den Store Und dann sehen sie ein Spiel Was sie kaufen wollen Und dann BAM Creator Code Ne ich sehe jetzt auf YouTube nichts Zumindest Wenn dann haben sie es schon aufgenommen Also Leute Also Zum Money Maken Bin ich immer ein Freund von Äh Wie heißt der Spaß Reserve Ja Aber Du kannst Oh Gott Das geht aber schnell jetzt Kannst aber auch gut Geld verdienen Auf anderen Maps Und Scaff Scaffruns machen Einfach Wenn du rausgehst Hast du immer gewinnen Ah Hier sind wir Oh Du hast mich Bruch gebracht Hier sind wir Oh Ich muss nur nachladen Ich habe immer Angst Dass man am Anfang Direkt auch von den Leuten Weggesnipert wird Die halt warten Vor uns Wo denn Am Baum An der Wand An der Wand Ja Er läuft nach links Oh Gott Das ist zu schnell Hast du ihn Hast du ihn Ja Da liegt er Sehr schön Das war die Eins Wer hat ihn gekriegt Ich habe ihn Ich finde Ich finde mein Ausrufezeichen Noah sollte Es gibt kein Noah Command Komm Aber das macht hier Happy Super Okay Nummer 1 Ja Nummer 1 Wie viel brauchst du? Drei? Drei Ja Ich darf danach sterben Also ich muss nur drei Kills haben Ja ne Hier wird nicht gesterben Ich brauche die Weil wir stürmen Ja Da hört man ihn nicht Keines gab es am Checkpoint Also nicht Ausrufezeichen Noah Lieber im Epic Games Den Trader kommt Ne, das Binaral Audio Habe ich nicht aktiviert Irgendwie war ich da kein Freund von Hast du das mittlerweile aktiviert? Ich habe das aktiviert Durchgehend Ich habe mich da super dran gewöhnt Ich fand das irgendwie alles scheiße Ich fand das alles scheiße Wenn gerade zufällig einer auf dem Server ist und so weiter Gerne zu mir kommen Sich abknallen lassen Ja Im Kreis drehen Dann wissen wir Dass es einer von euch ist Das ist Noah da hinten Das ist Noah da hinten Bitte nicht auf den schießen Ich habe das Gefühl Dass wir keine Sturman Runde haben Du bist am Kreis, oder? Ich bin am Kreis gewesen, ja Ja, danke Sorry, wenn ich nicht sofort antworte, dann bin ich da Ich habe nur gerade etwas gesehen Und musste mich kurz darauf krisieren Ja, potenziell, dann sehe ich jetzt hier keinen Tatsächlich Kriegen schon auf den Oh Gott Potenziell werde ich beschossen Sniperfelsen Welcher? Der große Der hintere? Ja Ich habe geschossen Ich sehe den Sniperfelsen Ich bin hier nicht verordnet Oh ja, das kommt gut hin Oh, schießt auf mich Das war jetzt für ängstigend, Mann Wo bist du denn gerade? In meinem In deinem Busch In meinem kleinen Busch Okay Okay Jetzt soll er einen kleinen Busch Auf uns Okay, wir- Wirаются anmotor mit einem Mit dir, wir sinds ¿. Ich bin hier nicht vertrengd? Ich bin hier nicht vertrengd Du hast ja die Position gewechselt. Wer? Der Snipper. Kann gut sein, ja. Hörst du oder riechst du Stimmen? Ne. Ich glaube der ist nicht da. Also ich habe einen Paracross dabei. Aber ich habe einen PMC-Kill. Achso. Und wenn ich jetzt null hätte, dann hätte ich gesagt ja kein Ding. Ja ich töte mich gerade selber, ich bin auf dem Sliper verletzen. Ja du kannst mal gucken wo du wen siehst. Und scouten. Der Boss ist ne Quest. Ah. Au. Ah. Ah mein Bein. Wurde gehittet. Irgendwo ist einer. Du bist auf dem Sniper Felsen hinter mir gewesen. Ja. What the fuck, ich habe die Schüsse nicht mal gehört. Ich habe nur gehört wie mein Bein gestorben ist. Ich habe dich nur äh äh schreien hören. Ja. Einen krassen Schalldämpfer würde ich mal behaupten. Oh wie der fucking beängstigend soll. Ja es ist halt ne scheiß Quest, weil er halt teilweise echt rumcampen muss. Ich mag sowas nicht. Ne. Das ist bei Killer geiler. Ja reingehen und dann looten. Reingehen und volle Pulle auf seine Beine. Vorne hat wer geschossen. Jetzt traue ich mich. Da waren wir noch diese fetten Sniper halt ne. Ja. Der weiß wo ich bin und ich nicht wo er ist. Wieso willst du dich im Busch verstecken Jay? Bist du das? Oh Gott vor mir ist einer. Ich konnte eh nicht schießen. Also ich habe geschossen. Direkt am Sniper Felsen. Der ist äh fett. Ich habe ihn eingeguckt und gefällt ob du das bist. Wusste sofort. Nee. Auf der anderen Seite? Ja ja. Auf der anderen Seite von Captain Soap. Also rechts jetzt quasi von dir. Naja. Was war denn das für ne Waffe? Ich hab geschossen mit. TKM Echo Munition. Und 7 in 1er hat er. Ich glaube der hat ne SVDS. Wo liegst du? Direkt am Stein. In dieser Mulde. Da. Ja da. Zwei. Nice. Der ist fett. Jetzt kommt der Puls. Chad. Der war. Ich hab dem einer in die Brust gegeben. Das hat dem gar nicht genug. Super. Was ist denn das? Oha. Ich sag doch der SVDS. Vergiss nicht mit der Trooper kannst du nicht extracten. Ist mir scheißegal. Ja. Ich meine nur falls du Platz im Backpack hast. Den mache ich den Platz. Ähm. Das ist eine der stärksten Waffen. Der kann ja noch so fett sein. Wenn er einen Headshot kassiert. Dann war es das. Joach. Warte. Die 7-in-1-Agelator schiebt oder? Alles geht bitte, 7-in-1-Agelator schiebt oder? Ich hoffe doch genug So So, willkommen zurück Ich frag mich, ob ich jetzt jagen sollte oder nicht? Wir schauen uns gegenseitig über Parsec zu Dann hab ich nämlich den Stream Delay nicht und der kann mich sehen Hast deine Hosentasche nicht gelootet? Ei, ei, ei Scheißegal Nicht gründlich Wie nah bist du jetzt bei mir, mein PNC-Freund? Wohin schießt der Scaff? Ja, Chat, der Jay will nicht gehen, der braucht den letzten Kill Mit der Mosin, der muss drei Kills in einer Runde machen Ich seh den Dude nicht Ja Jetzt chill nochmal wieder uns in unserem Busch Da ist er keinen See Gehen wir nur mal entspannen Er muss nicht jetzt sprechen Er braucht den Killer und kann da drauf gehen Einen Kill brauchen wir, Chat Nee, wir hatten schon lange keine Team-Kills mehr, ne? Nee Wir sind hier eigentlich ganz gut drüber Das ist jetzt nichts, wovor ich mich beschweren würde Gehen wir mal Skaff, such mir jemanden. Es ist so nervig, so viele PVCs zu kriegen. Ich höre jetzt auch keine Schüsse mehr in der Nähe. Irgendwo ist noch der fette Sniper und dürfte nicht der gewesen sein. Ja, wobei, der ist so auf mich zugelaufen, das könnte der gewesen sein. Auf wen schießt der? Okay, schade. Geh mal da hinten hin. Ich mach mal Atom bei dir an. Wobei, ne, ich rüst mich erst mal aus. Sniperfels, Chad? Da bin ich natürlich jetzt ganz schlecht aufgestellt für. Ja. 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 Wer das denn Pilbel im Auto hat? Wer das denn? Ja! BAM! Entschuldigung, Chat! Ja! Wann kommt man in die Quest? Warum habe ich die noch nicht? Tarkov-Shooter Part 8 Part 8? Ja, Mann! Bin ich noch bei Part 3? Stimmt, ich mache ja keine Mosin-Kills aktuell Nice! Oh! Das ist gut für's Wert! Ah, das hat ne Wall-Rig! Vergiss nicht, dass du die Trooper nachher noch irgendwie in den Rucksack quetschen musst! Was für'n Ding? Die Trooper, außer du gehst nicht über Berg Ich glaube ich gehe Standard Ah ja! Guck mal, ob der noch was drin ist Ah ja! Oh! Guck, gibt's Wallet rein! Wow! Ja! Ja, schön! Yes! Oh! Oh, jetzt kann mir gar... Jetzt kann mir keiner mehr warten, ey! Das ist... Oh! Jetzt geht man nicht mehr auf den Sack alles! Das ist entspannt jetzt! Oh! Jetzt kann er auch sterben! Wäre ärgerlich, aber jetzt gehen wir Extracten! Und zwar über den normalen Weg! Du Scheiße! Wat'n Monster! Ich leuchte jetzt natürlich... Wie ein wunderschönes Zielfernrohr... Also... Ich leuchte jetzt... Einfach richtig schön! Das leuchtende Zielfernrohr man kennt! Man sieht es aus wie Fernrohrin! Ich bin aber nicht zu krass überladen! Ich weiß gerade nicht, wo du bist tatsächlich! Ach! Hier! Okay, okay! Ich hatte die schon weiter links oben! Das ist jetzt nochmal kritisch! Na, sitzt hier einer von euch Huren oben drauf? Ja! 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 Ich glaube nicht! Ja! 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 Hast du dich mittlerweile entschieden, ob du wartest auf die PS5 mit... Ähm... Spiel das Spiel! Ne! Spiel das Spiel! Okay! Ich werde mal gucken, wie sehr die Playstation abheben wird! Ich habe nur noch die alte! Hast du keine Pro? Die erste Version! Ich habe die erste Fassung! Ne! Ach! Du! Bitch! Das war die vier! Friss meine 7N1er SVDS Superwaffe! Ich bin gierig! Ich weiß! Oh, ne Zorbi nehme ich dann doch lieber mit! Das ist meine 7N1 SVDS Superwaffe! Neun SVDS kill abgesnackt! Alter! Ist okay die Runde! Bislang zumindest! Mal gucken, ob wir es auch noch durchkriegen! Weil heute ist ein richtig guter Tag auf Tag! Selbst wenn nicht, hat es sich gelohnt! Du hast deine 3 Kills! Du hast einen SVDS kill! War da wer? Ne, aber ich checke! Achso, es hat so ausgesehen, als hättest du geschaffen! Ich habe Sniper fails, ne? Jetzt sah kurz aus, als wärst du am Ballern! Ha! War geil, ne? Nein! Chill 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 chill! Nö! Ich kann jetzt einer auf dem Sniperfelsen setzen und gleich sich einen Spaß erlauben! Ja das eh! Aber trotzdem die musikigen Quest zu schaffen ist schon mal ganz geil! Das stimmt! Die ist Horror! Ich weiß! Die habe ich damals gehascht! Hätte ich sie schon gehabt, hätte sie schon fertig! Kann gar nicht mehr so viele PMCs am Start sein! Naja, eigentlich bin ich nicht! Ja, wobei, dann habe ich auch hier bei Kastros Ballen gedacht! Und dann kam einer von hinten! Häh! 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 Und wenn ich rennen kann! Die.. 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 So viel Zeit muss sein! Aber wenn ich rennen kann! Läuft zum Ex- Ja, wenn ich in Bewegung bin. Wenn ich in Bewegung bin. Oh, lol. Hä? Nur hier? Im Zweifel kann ich rennen. Bam! Ach, geht's nicht. Uh! Schmeckt die Runde. Die Runde hat geschmeckt. Okay, weiter stürmen, ne? Ei. Oder erst in Scafron. Ah ja, natürlich erst mal in Scafron dazwischen machen. Oh, wann? Warum kann die Black Rock Scheiße nicht in Raid sein? Aber ne schöne Runde. Dankeschön, Mike Fox für die 5 Euro Donation. Ein Stuhl hat 4 Beine, besonders das linke. Wat? Sirius L... 1507 hat einen 17-Fahren dagelassen. Dankeschön. Alter, mit der Mosin reingegangen. Komplette Ausrüstung erneuert. Schön. Okay, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken hier, wie ich das hier alles ordne. Ey, ich kann mir die SVDS auch mitnehmen. Hier kann ich's doch da. Da muss ich nachher mal ein paar Sachen zu G29 fragen. Mach mal. Also kleine Rucksäcke hab ich jetzt erstmal genug. Ja, also ich hatte ja auch vorhin noch Probleme, ne, weiß ja, wo ich jetzt mal out of Cucksack war. Das hat sich vorhin dann doch erledigt. Alter, ich wusste nicht, dass ich so viele hab. Ha. Und dann weiter. Ich sammle die immer mit. Ich weiß nicht. Ich hab keinen Bock, die zu kaufen. Da bin ich echt zu geizig. Die Rucksack-Seption. Normalerweise sollte man ja immer die besseren Rucksäcke nehmen, aber... Ich bin da echt... Ich bin da zu geizig. Aber vielleicht irgendwann. Äh, das kommt noch weg. Ich will doch gar nicht so viele SVD-Dinger mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich find, das sind viel zu viele, die der mitgenommen hat. So viele brauchst du niemals. Was brauchst du niemals so viele? Er hat super viele von den SVD-Dingern dabei. Achso. Das sind mir persönlich zu viele. Im Normalfall 3,20er mit 2 in der Rig. Und 1 im Gamma. Die Networkers nicht fahren den Raid leider, so würde ich sie gerne abgeben. Granaten brauchst du irgendwie gefühlt auch nicht auf Wurz, wenn wir da nachher drauf gehen. Das klappen wir wieder auf. Das nehmen wir mal einfach mit. Ja, ich glaube, ich bin bereit für den Skeffern. Ne, ich bin noch lange nicht bereit für den fucking Skeffern, weil ich ja noch komplett voll bin. Ich brauche mehr Kisten. Die anderen YouTuber haben alle immer, oder Streamer, besser gesagt, haben alle so viele schöne Kisten. Ja. Wo die ihr Loot reinschmeißen einfach. Das habe ich halt alles nicht. Stimmt, die Quest abgeben musst du noch. Jo, mach ich gleich. Aber hier kannst du sterben, das ist nicht so schlimm bei der. Ja, das stimmt wohl. Rack-Battery, nein, kann auch weg. Alles da drin. PS. Zu, was? Nein. Du gehst da oben rein. Du gehst das alles. Na, da. Das geht da rein. No. Wie frech. Black Ghost, danke schön für den vierfachen Re-Sub. Mr. Venom LP hat den vierfachen da gelassen. Dankeschön. Schon wieder ein Update? Ne, hab doch gerade schon. Noah, klappt auch alles ohne Probleme. Zockst du eigentlich auch solo oder immer im Team? Ich zock super, super. Also, ich würde sagen, ich zocke 95% von Tarkov im Team. Sonst spiele ich eigentlich nicht. Außer Noah sagt, der kommt in zehn Minuten und schläft dann ein. Ja, dann habe ich Last of Us gespielt. Ja, stimmt. Da hast du Last of Us gespielt. Am Wochenende. Ja. Das war mir so unangenehm. Ich bin in zehn Minuten da, kein Problem. Alles klar. Irgendwann dann nach zwei Stunden habe ich dann auch mal gefragt, so, wie ist das eigentlich? Wolltest du nach den zehn Minuten noch kommen oder nicht? Dann habe ich es gerade geschafft aufzuschauen an einem Stuhl, wollte mich in den T.S. mit Ant-Mute-Disconnectors. Der Rick habe ich schon abgegeben. Ich glaube, die hole ich. Was denn? Ich habe ein G29 auf Amazon für gut Geld gefunden. Ich habe noch 70 Euro Gutscheinen von Amazon. Rennspiele machen mit Lenkrad viel, viel mehr Spaß. Das kann ich dir zumindest sagen. Du musst aber, wir haben so Schraubenklemmen, also der Tisch darf nicht zu dick sein, der Schreibtisch. Sonst geht das nicht. Und du musst halt irgendwas besorgen, dass du nicht wegrutscht beim Bremsen. Gut, da ist eine Wand vor mir, ne? Was ist hinter dir? Du rutschst doch beim Stuhl dann weg. Nein, mein Stuhl rutscht nicht so einfach weg. Ich habe ein riesiges Loch am Boden. Okay. Ja, wenn der Vermieter den Boden verlegt und nicht ein Fachmann, dann verschieben sich die Dinger und gehen kaputt. Heißt, ich roll ja nicht so leicht weg. Reserve. Reserve. Ach, fuck. Ich bin so ein Idiot. Ich bin froh. Nach dem Stream kann ich endlich das erste Mal was essen, ey. Nach dem Stream? Ja. Nach dem Stream kann ich erstmal beim Arzt anrufen und hoffentlich gleich losgehen. Dafür war ich da schon. Danach weiter Stürmen für Loa killen. Das hört sich, also nach dem Reserve Run. Ja, ja, ja. Ja, ich war einfach zu schwer für den Boden. Ich habe gerade noch eine Drop bekommen, als ob. Fühlt sich heute sexy. Aber sowas von Peppy. Heute läuft richtig, heute haben wir eine richtig gute Tag auf Runden tatsächlich. Sind alle gut eigentlich, obwohl ich nicht alle überlebt habe. Aber letztendlich hat jeder von uns zumindest, also irgendwann hat immer einer überlebt, glaube ich. Meine Damen und Herren, aber bekomme ich auch zurück. Bin pinkelig. Viel Glück. Peppy, fühlst du dich denn heute sexy? Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Anzeige. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging der Stream bis 15 Uhr. Aber nagelt euch nicht drauf fest, weil, na, nur was ich gehört habe. Wenn wir jetzt rechtzeitig sparen, kann ich Jay abknallen, ohne dass er weiß, dass ich es war. Oh, es hat sein Headset mitgenommen. Ich aus Baden-Württemberg. Aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Du hast doch erzählt, du warst am Wochenende in Stuttgart, oder? Du bist dann mit ein paar Sachen zurückgekommen. Warst du shoppen in Stuttgart? Nee, ich habe gesagt, ich wäre gerne in Stuttgart gewesen, weil es da ganz viel umsonst gab. Ich fühle mich immer sexy. Sehr gut, Peppy. Das ist schön. Das ist auch wichtig. Ist Peppy jetzt breathtaking oder breathtaking? Jetzt bin ich bei euch nicht sicher, Pea und Happy. Legends Maxi, danke schön für den neuen Sub. Und General High B hat sie für 100 Bits da gelassen. Dankeschön. Bread taking. Okay. Bread pit taking. Ah, ah, ah. Oh Gott. Hast du Lust auf Cyberpunk? Nee, das ist voll... Also, ich persönlich, für mich ist das richtig... Wobei ich gelesen habe, dass FIFA irgendwie erst im Oktober released wird. Warum sponst du eigentlich immer vor mir? Ja, weil du streamst und hast deine CPU belastet. Ich habe einen Gelsen in den Leitern. So, Quatsch. Wow. Außerdem... Wer ich keine OFZ hat, ist... Oh. Oh. Äh, wo bist du? Ähm. Hier. Liegt's. Überlebt das. Okay, wohl müssen wir. Wahrscheinlich CP-Fans. CP-Fans? Rechtsrum. Du musst schießen, Jay. Genau da, wo wir... Genau da, ich hab... Oh mein Gott. Ja, aber das wird ein Run-Through. Das ist ein Run-Through dann. Ja. Ich weiß nicht, wie der bei Scav's ist. Ich habe noch nichts gelootet. Ich muss erst was looten. Ja, hier ist ein Kistchen. Okay, sollen wir es riskieren? Nein. Das wäre ja voll lost, wenn du das jetzt riskieren würdest. Da war auch nichts drin. Okay, dann laufen wir. Hä? Ist schon wieder vorbei? Stimmt, das war der kürzeste... Was war denn das? Das war der kürzeste Alarm ever. Bei Scavs gibt's kein Run-Through. Doch, doch. Hatte ich schon. Hatte ich schon. Okay. Ich... Dafür spiele ich zu wenig Scav-Runs. Das ist das Problem. Das hatte ich schon. Ich war als Scav... Oh, jetzt ist er wieder an. Warte mal. Hier, jetzt muss ich mal gucken. Ist da was? Ich bin als Scav mit einer Waffe gespawnt, die ich gebraucht habe. Bin instant rausgegangen, mal Run-Through. Das war schade. Also... Da ist schon seit Ewigkeiten keine Dinge mehr drin, ne? Na ja, nur auf 45.000. Alter. Ne, 600 XP und 10 Minuten ist nur bei Spieler. Also PMC. Also PMC. Hoppala. Schluck auf. PMC. Ich habe doch meinen 24-7 Schluck auf. Lass mich vorlaufen. Ich gehe noch ein bisschen mit meiner absoluten nutzlosen Waffe raus. Hä? Was hast du denn du? Wir haben einen Shotgun. Ich habe eine VPO mit einem Much-Visier. Ja, weißt du, wo wir jetzt hingehen? Schön auf Entfernung. In der Muddy? Ach so. Ne, wir gehen nicht in meine Muddy. Okay, da könntest du eine Waffe finden, da hinten. Ja, hier natürlich auch. Ist da was? Ja, potenziell habe ich Angst, dass da jemand drin sitzt. Gehe da noch mal gucken. Ne, Run-Through ist nicht egal, weil ich habe ein Item, was ich für eine Quest brauche. Die Found in Raid ist. Genau. Er braucht doch die F-Cons. Ja, mir fehlt auch die F-Cons. Deswegen habe ich ihm die abgegeben. Ist da nix drin? Wow, lass den Scheiß stecken. Ich nehme mal für die nächsten zwei Laddixe. Äh. Ich finde das aber gut. Ich schenke immer nur im Stream die ganzen Items, die ich habe. Ich schenke dir auch voll auf. So ein Ehrenmann bin ich. Ich habe dir schon Radio geschenkt. Würde dich dran erinnern. Ja, aber nicht on-stream. Das ist unfair. Du bist fast nie on-stream. Ich schenke dir dann in, äh, hier, Formel 1 ganz viel Dellen. Geil. Spiel, spiel dann einfach nicht mit dir. Hä? Wie? Das kannst du doch nicht tun. Oh Gott. Renn. Renn. Ich bin auf dem Hügel. Oh Gott, Sniper. Ich bin so tot. Renn. Oh Gott. Oh, da ist ein bisschen Pipi in die Hose. Flie. Alter, habe ich mich erschrocken. Oh, wo sind unsere Skeff-Brüder? Oh Gott. Bist du ein Bruder? Geh in den Ding ins Reihen. Ich bin drin. Da draußen ist ein Skeff. Ich weiß nicht, ob er Freund oder Feind ist. Alter. Ich habe keine Arme mehr. Bist du runterkriechen? Ich kann dir nichts reparieren. Okay. Wir werden uns jagen. Jay? Lass mal durch den Bunker gehen, oder? Wieso nicht? Ich habe... Jetzt muss es doch... Alter, das wäre so lustig, hier nicht jetzt abgetriegt aus Versehen. Das wäre super witzig, Mensch. Du hast eine ganz schön krumme Nase. Was ist mit dem eigentlich da draußen? Der ist aufgeregt. Ich meine, wir wurden beschossen. Wir sind seine Brüder. Ich will jetzt die scheiß Tots haben. Okay, geh du extracten. Hier. Da ist jemand reingekommen. Von links. What? Oh Gott. Renn! Wo ist der vorne links? Der hat es genau von da, wo du gerade hingeguckt hast. Escape from Tarkov heißt das Spiel, ne? Ich escape jetzt mal hier von Tarkov. Ja, viel Spaß. Du wolltest vorlaufen. Achso. Ich bin schon weg. Oh nein! Oh nein! Wie viele sind denn das? Das ist unfair. So, ich weg, glaube ich. Sind das wie Raider? Nee. Das sind Spieler. Die wollen extracten. Äh. Dann danke ich dir, dass du sie aufgehalten hast, mein Held. Ja, gerne. Gern geschehen. Hat es sich doch wieder gelohnt? Ja. Wehe, du kriegst jetzt einen Run-Through. Dann bin ich sauer. Äh. Hallo? Warum bin ich? Oh. Oh mein Gott. Okay, alles cool. Alter, das war ja mal wieder der Horror. Ja, dann bist du sauer, ne? Und dir wär's lieber, dass ich die Gegner entgegen bin. Du wirst beschossen von dem Feld. Hast du da gerade irgendwie Glück gehabt? Dann kommen wir genau durch diesen Hurenbahnhof da die zwei Leute entgegen, ey. Äh. Alter, ich hab mich erschrocken, als die zwei Leute run-through. Noah! Was denn die Dude sollen vorne drauf gehen? Ich wurde von hinten beschossen. Du warst gerade so, als wäre ich schuld daran. Ich hab mich aufgeopfert. Du warst Lootgeil. Du warst einfach nur Lootgeil. Ich war Lootgeil. Ich hab versucht, dich zu beschützen. Ja, dankeschön. Es tut mir auch echt leid, aber wär ich dort draußen geblieben, wär ich auch tot. Also, das ist schon traurig. Das war mir hier kein schlechtes Gewissen. Ich hab zwei Arme verloren und meinen Bauch. Ich hab gelastert raucht. Warum bin ich Notgeil? Warum sagst du zu mir, ich wäre Notgeil? Nur weil ich halt Lootgeil bin, vielleicht. Hab ich mich versprochen. Aber ich wollte keine Comics oder sowas von den Skefs. Ich bin Notgeil. Ich war im Stress. Ich wollte Lootgeil sagen. Okay. Das war schon hart, ne? Gerade heute hat Twitch ein großes Statement zu Sexual Harassment und so weiter geäußert. Ja, und was sagt Noah? Noah, ich wäre Notgeil on-Stream. Danke. Danke. Oh, ich brauch Luft. Echt. Hilft. Hilft sehr, Noah. Du hilfst sehr. Greatest Conflicts mit, Leute. Hashtag Werbung. Ist das auch Werbung, wenn ich das sag? Wobei, es ist ja in eurem Stream. Ja, doch. Das ist auf unserem... Alter. Ja, da bin ich grad vergessen. Ich brauch erst Luft. Ja, Hashtag Werbung und so. Aber... Das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Das ist echt ein Ding. Ne... Aber auf jeden Fall, das so Notgeil zu sein, ey. Mhm. Ich wollte... Ich bin mir sicher, Blutgeil gesagt. Du hast Notgeil gesagt. Ah, ja. Richtig knallert, Notgeil. So, wie ist die Reihenfolge? Pain-Killers, dann Ibuprofen, dann Vaseline, dann Golden Star, oder? Golden Star dürfte über alle bestehen, ja. Oh, kostet auch einiges. Das gibt ja halt auch Energie dazu, ne? Und, äh, hier. Energy and Hydration Recovery. Zwar noch ein bisschen, aber... Immerhin. J's, Loop, geil. Geht's set? Guter Sketch Run. Lieber Tom. Was haben wir hier? Wie teuer ist das Rote Zeug eigentlich mittlerweile, alter. Wie teuer? 45.000. Jetzt los. Hm, langsam geht der Shit hoch, ja. Bildchen. Aha. Alter. Sie sind aber immer auch nur 15 Stück auf dem Markt, ne? Na. Das ist einfach krank. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich finde auch so wenige. Äh, ja, also du, äh... Ich sehe mich jetzt bei... Wolltest du jetzt mal stürmen, oder? Ja, stürmen wieder. Oder was anderes. Mir ist das vollkommen nicht. Nein, nein. Also wir können, wie gesagt, gerne stürmen dann machen. Also, ist mir scheißegal, wenn die Sachen halt draufgehen. Die habe ich ja von jemand anderem gezockt. Ja, ich gehe jetzt mit dem Olaf-Helm rein. SVD-Skills muss ich sowit so machen. Ja, Schorlang hat ein paar gute Grafikkartenquellen. Auch außerhalb vom Administration-Building. Der Sturman. Der Sturman, genau. Sturman. Allerdings bin ich wieder zufrieden mit meinem Inventar oben. Aber ich brauche noch einen Kühlschrank, aber den kann ich mir jetzt nicht auch noch kaufen. Hey, hast du mittlerweile die Quest abgegeben? Ja. Ja. Was kommt danach? Tarkov-Shooter-Part 9? Durch. 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 Das ist das große Finale. Von Jäger. Ne, das ist nicht mehr viel, was Jäger möchte. Ja, noch. Jäger hat die schlimmsten Quests. Denn die kann es aber langsam bauen. Ach, Quatsch. Es gibt danach keine Quest mehr. Das ist im Zweifel meine letzte Quest. Warum ich Sturman killen will, ich habe die Quest schon fertig für Noah. Der hat die noch nicht fertig. Ei, ei. Nein, wir sind Team. Weck Team. 17 Uhr, oder? Ja. Schmutz. Oh, warte mal. Ich habe gerade was gesehen. Woran hat es gelegen? Habe ich Heilung? Ja, woran hat es gelegen? Daran hat es gelegen. Das sind viel zu viele Moni. Viel zu viele Magazine. Die sind scheiße teuer. Hier, Alter. 20.000. 10.000. Kann ich mir nicht leisten. Die kosten 10.000. Alter, ich brauche nicht so viele Schüsse. Niemals. So viel Tod auf Erden kann gar nicht gleichzeitig runterfallen. Du musst jetzt alle Spieler töten, ne? Alle. Außer mich. Das muss man vielleicht dazu sagen. Wieso ich das Paracod mit in den Raid schleppe? Das ist eine verdammt coole Frage, warum ich das jetzt mit in den Raid schleppe. Das brauche ich halt gar nicht. Was nehme ich denn da mit in den Raid? Neh mir doch dich mit. Da, wo ich gedacht habe, dass es vielleicht mein Knöchel gebrochen hat, wird ganz schön dunkelblau. Dann hast du ihn nicht gebrochen. Ich glaube auch nicht. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Du kannst nur laufen. Ach ne, Quatsch. Das ist ja dein Handknöchel. Ja. Mit der kleinen schönen süßen Weste da, ey. Das sieht nicht mehr so gefährlich aus. Ja, doch. Das Ghosting macht einiges aus. Ja, das ist gefährlich. Warum alter Noah? Was habe ich denn jetzt getan? Hä? Noah ist einer, der prinzipiell ungerne zum Arzt geht. Obwohl ich eigentlich regelmäßig hin muss. Ich verschlafe auch jeden dritten Krebstermin, also. Ich bin Profi auf jeden Fall. Das Ding ist für die Ergo, oder? Dieser Laser. Ja. Kennt man doch nie. Rucksack brauchen wir nicht. Den schießen wir uns, oder? Wir sterben. Das sind die Alternativen. Wir haben sehr viel gespielt, ja. Seit dem Viper. Aber es gäbe ja auch nichts anderes, außer noch The Last of Us. Ja, aktuell ist echt mau, was Games angeht. Aber gut, ich bin eigentlich immer die Frau. Jay könnte ja seine medizinischen Dienste für die Community anbieten. Ja. Bestimmt. Da wollen wir nicht als Arzt praktizieren. Nur als Tierarzt. Ja. Ich komme mit dem Cosplay. Genau. Genau. Wie auch. Warzone sucked. Ist gar nicht meins. Du hast jetzt noch nicht einmal gespielt. Kein einziges Mal. Ich will nicht von Jay untersucht werden. Hallo, warum nicht, Peppy? Ach ne, jetzt muss man ja wieder aufpassen. Natürlich, äh, darf ich das nicht tun. Darfst du dann Fairies behandeln. Peer möchte das auch nicht. Das ist gar kein Problem. Es gibt genug andere gute Ärzte auf dieser Erde. Na gut, wenn wir von guten Ärzten reden, bist du eh raus. Du bist halt hier Arzt, deshalb. Wann möchte ich? Warum bist du schon wieder drin? Du bist doch auch schon da. Hast du vielleicht das Windows Update noch nicht gezogen? Doch. Hab diesen hässlichen, neuen Dingen drin. Weiß ich auch nicht warum. Pass auf den Links da wieder auf. Ja, von Frau Eieruhr ist mir auch lieber als von Jay. Jetzt stimmt's wohl. Ich kann das auch deutlich besser. Jetzt glaube ich. Jetzt glaube ich bald 200 Rinder operiert oder so weit. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahl sein muss. Mach nur noch einen Fachtheaten. Vor mir am Stein. Ja, okay. Chill, chill, chill. Ist tot. Also wenn der nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Der ist gerade noch runtergeplumpst. Dass man hier immer so nah an einem anderen spawnt. Das ist doch das Schöne hier. Gönn dir. Das ist aber nur eine Stufe 3-Armor. Das ist schon ein Stück weiter. Dann hab ich mir schon mit meinem Rucksack geschossen. Das Problem ist, wir müssen Störmen hören. Noch höre ich gar nicht. Hier muss man später markieren. Nach dem Fuelcon, oder? Ja. Ja, ich warte auf Loar. Das macht keinen Sinn. Das ist auch noch zu machen. Dann muss ich jetzt später noch mal machen. Ja, gut. Hier ist es ja nicht so schön, zum Glück. Na. Vorne läuft was rum. Bin mir nicht sicher, ob es ein Skeff oder ein Spieler ist. Was ist es denn? War ein Spiel, äh, ein Skeff. Ein Spießgriff. Schon sexuell, das Visier. Ja, das hab ich auch immer drauf. Auf meiner Mosin. Das kostet nicht viel. Ja, der Boss ist schon wieder so ruhig alles. Ich muss aber jetzt richtig Extracten, ist das Problem. Und nicht über Paracord. Vielleicht soll ich mir einfach eine andere Rüstung mal gönnen. Gönnt ihr doch einfach als die, äh, hier 6B3-Rick-Rüstung. Die ist doch ganz gut. Die ist doch auch Armour-Class 4. Ja. Ich hätte mir die hier speichern sollen. Die ist eigentlich ganz cool, die SVDS. Glaube ich. Das ist immer ein Gefrickel mit den Fingern. Wenn ihr die ganzen Einstellungen da machen müsst. Ja, will ich jetzt schon vor in diesen Busch oder nicht? Ich will auf jeden Fall in meinem Busch. Ist der Kurskühlung für 2? Wieso meinen? Ich muss noch auf 100 Meter nullen. Ja. Ich sag mal so, Stürmen ist glaube ich nicht da. Hä, was ist denn das? Liegst du gerade auf dem Boden? Nein. Ich kann sich jetzt sogar hinlegen. Ja. Das ist aber schon lange da. Okay, hat nicht funktioniert. Ich glaube, was Jay hat, ist das Night Force. Das Burrys Fulfield Tag 30. Hier mal 24 Raffles drauf. Hä, wo sind denn die ganzen PMCs? Keiner da. Der war auch stumm, wenn das nicht da. Ja, hättest du schon gehört. Ja, guck mal, wir auch Extracten. Also, jetzt sollen wir hier großartig warten. Ja. Jetzt sollen wir hier großartig warten. Ich muss aber halt, äh, Customs da hinten Extracten. Ich weiß nicht, was du machst. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Könnt ihr da... Ist ja gerade was vor uns gelaufen. Rechts! Dem gebe ich nie wieder mein Geld. was passiert was du dabei als wir hier extracten wollten bei der richtig nervigen quest wir beide dem unser geld gegeben haben und du bist schön abgefahren und ich bin hier gestanden das war lustig ja ne warte behindert ist zwar was schlechtes aber keine beleidigung das ist er war einfach optimal also optimal dankeschön da hat jemand anders geschossen auf den hat schon wir anders geschossen das gehört ja noch ich muss trotzdem weiter so belastet ich habe sogar extra korrigiert ja viele andere hätten das nicht getan wir sind beides josex ja aber ich dachte ich wäre letztes mal ein bär gewesen deswegen wollte ich was anderes spielen aber bin wieder bär josex immer dasselbe ist wieder bei josex so so Das war's für heute. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen behind you Zag, das ist storymäßig und ein bisschen die Sprache. Meines Wissens noch. Wo waren die ganzen PMCs? Einen haben wir gefunden. Die schießen aber auch gar nicht. Sehr seltsame Runde. Ich finde nicht, dass es ein größerer Unterschied ist, wenn die verschiedene Sprachen reden, weil zufriede ist ehrlich nicht. Ich habe nur ein wenig, um ein wenig zu einfach sein. Ich möchte nicht die Brücke noch einmal abschneiden. Lebst du noch? Ja. Du bist so leise gewesen. Ja, ich höre halt. Also ich versuche halt zu hören. Ob ich hier wen laufen höre oder sowas. Das ist halt fucking Wurz. Baume rascheln. Sträucher rascheln. Das ist halt super ruhig. Keine Ahnung, ich habe Angst, dass die hier irgendwo überall campen. Jetzt haben wir unsere Action über Wolken. Ja. 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 Vielen Dank. Ich kann den Bunker extracten. Das ist gar nicht so dumm. Brauche ich dafür einen Schlüssel? Nee. Hoffen wir mal, dass Rücken keiner käme. Das schiebe ich denn über den Haufen. Peng. Ich darf nicht zu laut sein. Der Armutschiff. Keine Ahnung, was mich da beschossen hat. Ich habe nichts gesehen. Besser dann nicht fighten. Muss ja nicht sein. Ich kann es im Zweifel nur verlieren. Na, ich denke auch, dass ich auf irgendein Berg saß oder sowas. Alles gut. Haben wir halt viel Geld verbraten für die Scavs. Jetzt können wir uns Scavrun wieder gönnen. Ja, wollte ich gerade fragen, ob du... Ja, ja, ey, ohne Scheiß. Diese OFZs, die machen mich fertig. Geil, ich habe nochmal dieselbe Waffe von gerade. Ach, fuck, schon wieder verklickt. Ich habe schon welche. Oha, der ist... Die ist auch... Ich glaube, da finde ich den noch geiler. Da gefällt mir das Visier besser. Soll ich den gar nicht abspeichern. Ja, das technische Update haben wir schon runtergeladen. Ne, die ist ein bisschen schlechter. Ja, aber wir lassen das natürlich auch wieder her. Das Vierschüsse waren es nicht, die wir brauchten. SVDS. Warten wird ein Haken. Äh, da, Scavries. Alter, wieso kriegen wir noch Schu... Packen Shotguns, ey. Dankeschön, AF7991 für den 32 Resub. Software Age, einen 14-fachen. Hoffentlich verkackt ihr den Rate. Kappa, viel Glück. Dankeschön. Flow Gaming HD hat einen neuen Sub da gelassen. Tor 0,1, dreifachen. Jonathans 1H hat einen neunfachen Resub da gelassen. Dankeschön. Und 60BB hat einen neunfachen Resub da gelassen. Dankeschön. Spacken. Genau, der Spacken. Na ja. Dein letzten vier Scav hatten, hatten ne Tods, ja, RIP. Problem ist, wenn die mal wenigstens geile, äh, geile... Vor allem die Pump Shotguns, ey. Die sind halt einfach nur Schrott. Einfach nur Schrott. Was macht ihr denn heute noch, schönes Chat? Was steht bei euch heute noch auf der Liste? Ins Gym. EFT Suchten. Auch nicht schlecht. Tarkov Suchten. LAN Party. Nice. Tarkov. Last of Us Tarkov. Ja, viele gucken jetzt hier logischerweise als Tarkov-Spieler zu. Finde ich eigentlich auch immer ganz geil. Ich gucke gerne Tarkov-Streams, tatsächlich. Kann man sich viele Sachen abgucken. Bei mir solltet ihr euch weniger abgucken. Aber bei anderen. Rasenmähen. Wenn man Pesteli zuschaut, wird man depressiv. Ja, das stimmt. Weil man halt einfach sieht, wie viel man doch da reißen kann in dem Spiel. Wenn man selber weiß, wie man ist. Welches Streamer guckst du denn an? Ich habe immer sehr viel... Also ich gucke immer eher die Deutschen an. Aber Pesteli, wenn ich einen der englischsprachigen Streams gucke, dann Pesteli tatsächlich. Aber sonst halt Moondyme, Mario, Dizzy, Knüppel. Ja. Die gucke ich lieber. Ja, allgemein. Also die letzten Tage mit den Drops haben mich doch schon sehr traurig gemacht. Da guckst du die ganze Zeit Leuten zu, die Tag aufzocken und einfach Gott leicht spielen. Das ist schon traurig manchmal. Ist das Game das Geld wert? Wenn man sehr frustresistent ist, ja. Was technische Probleme angeht. Ja gut, nicht nur technische Probleme. Das ist auch eine schöne Ausrüstung. Aber ich glaube, meine Rick brauche ich sogar. Ja, technische Probleme schließe ich auch Cheater und so. Ja gut, aber ich finde, das musst du bei jedem Online-Spiel mit einrechnen. Cheater. Die gibt es bei Warzone, die gibt es bei Battlefield. Ist halt Unlucky, ne? Nächstes Wochenende fahre ich nach in die Nähe von in die Eifel. Ich weiß gar nicht, wie genau die Stadt heißt. Das ist in der Nähe von Gerolstein, Bitburg, Hellenthal. Mach ich Urlaub mit alten Studienkollegen. Alle Tierärzte reden über tierärztliche Sachen. Ja, und ich als ehemaliger Tierarzt, Student, sitze dann immer da so, mhm, mhm. Lass mal über Saufen reden oder sowas. Nein. Ich schaue Tarkov am liebsten bei Moonlight 7. Ja, der ist auch cool. Gebildet der Jay. Ja. Einer von denen zockt aber auch. Gelegentlich. Dem kann ich mich über Sachen unterhalten, wenigstens. Ich spiele auf EU-Servern. Der Haken ist allgemein da drin. Oh, ich merke, dass da, wo die, äh, Betäubung reingespritzt wurde, da, da tut weh. Werden Anus? Nee. Oberlin-, obere linke Backe. Aha. Unten wird nerviger morgen, ey. Der ganze Kiefer wieder betäubt ist. Ja, wenn wir ein bisschen länger warten aufs Matching, ist halt so. Das ist halt nervig, aber, ja, man kann auch Nachtrates machen, aber die will ich euch jetzt nicht antun. Als Scaff, weil du keinen Night Vision hast. Wer streapt morgen? Ja, mal checken. Christian auf jeden Fall nicht. Fuck. Ja, tu mir leid. Nee, ich wollte mit Christian raten. Christian ist im Urlaub. Ach, stimmt. Steht noch nicht drin. Voll vergessen. Geht mal von Sepp, Bram oder Peter aus. Und ich streame auf jeden Fall nicht am Mittwoch. Und Christian streame die ganze Woche nicht. Was ist denn am Mittwoch? War da was? Ja. Pokémon PK. Ach. Ich gucke aber alleine an. Will ich nicht im Stream angucken. Schön selber. Gut, du guckst sie dir ja eh verspätet an. Nächste Woche, Mittwoch ist übrigens am 1. Juli ein Civ-Event wieder geplant. Oh ja, krass. Falls wir das noch nicht veröffentlicht haben. Habe ich sie jetzt veröffentlicht. Wie geht's den Krebsen? Aktuell ist Spike vergraben. Äh, Jürgen und Krebsus sind vor kurzem wieder aufgetaucht. Ja. Und Frank geht's weiterhin auch gut. Wer ist dabei? Keine Ahnung. Da hab ich mich nie drum gekümmert. Das ist immer Sache der anderen. Ich hoffe aber wieder halt auf die üblichen Verdächtigen, ne? Nils von den Rocket Beans. Äh, Maurice von der GameStar. Jay ist auch dabei. Vielleicht gehen wir wieder. Bonge war dabei. Ja, ich bin wieder vielleicht als Zuschauer dabei. Das fand ich echt cool. Wie viel Uhr, Peppy? 16 Uhr bis 0 Uhr wieder. Stimmt, Fischi hat er auch letztes Mal gefragt, ne? Und hier, äh, äh, Pisa, Mike, Stiefelhagen. Beide waren angefragt. Ich weiß nicht, ob Fischi dabei ist. Keine Ahnung. Kann ich auch nicht sagen. Ich hab Angst, dass Dennis Fischi verdirbt. Wieso? Ich hab das Gefühl, dass Fischi sich leicht von ihm manipulieren lässt. Oh, wir haben ein Game gefunden. Nein, meinst du? Ja. Ja, wir müssen, wir werden dann nochmal die Regeln auf jeden Fall anpassen, weil er dann nicht so lange warten muss pro Runde. Also da werden wir mal gucken, wie wir das dann machen. Aber, ja. Ich bin da nicht der Regelgeber. Wie bei, äh, GPO. Das macht wer anders. Die Regeln. Vielleicht ja eigentlich mal wieder TTC zu spielen. Nope. Klar, kommt nächste Woche Sonntag. Bei Noah auf YouTube. Ja, genau. Kappa. Warum ist das jetzt so dunkel? Achso. Jetzt weiß ich, warum es so dunkel ist. Äh, Jay, könntest du mal spawnen? Ja, ich verstehe auch nicht, wie soll ich immer einfach Jahre später spawnen. Oh. Cool. Ah, okay. Äh, ja. Hier links. Ja. Da ist ein Spieler. Wo? Äh, an den Serverdingern in der Mitte. Könnte ein schnellerer Run werden. Okay. Vielleicht auch nicht. Der hat mich so aggressiv angeguckt. Ah. Unser Freund. Wäre so geil, wenn er sich jetzt umdreht von 2. Matchbox gibt. Da ist ein Spieler. Der war, ist was. Ah, fuck you. Komm mit mir. Was ist mit dem da hinten? Warum, oh Gott. Ja. Das ist. Alter, da sollte er sich, ich wusste nicht, dass sie sich hinhocken. Ja. Und der eine hat sich hingehockt und hat ums Eck geguckt. Als ich den angeguckt habe, ist der weggegangen. Na ja, er hockt nur. Das ist ein echter Ruster. Richtig geiler Hocker. In meiner Hocke. Schön die Russen Hocke. Mal aufwärts. Der hat eine gute Waffe. Okay. Hol dir den da hinten mal. Und sag Bescheid. Okay, warte. Ich schieße in, warte. 3, 2, 1. Ist gut. Armer Typ. Rest in Peace, mein Freund. Ja. Deine Waffe wurde zu deinem Verhängnis und deine T-Ring. Nein, aber ich spiele lieber die Ada. Exekutionskommando. Deine hat sich sogar hingekniet. Ja, damit kann man schon mehr gönnen. Der Runde. Das sehe ich mich schon. Aber ich habe gerade gar keinen Schuss bei mir ge... What the fuck? Geil. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich die Ada so gut finde. Schau mal, was du davon abbauen kannst. Man kann die gar nicht abbauen. Geil. Habt mal Handtoppel. Man kann nix von der abbauen. Doch, da hier, das K. Das K. Das andere geht auch noch weg. Nee. Klar. Achso. Ja, so ist cool. Da ist das schon besser. Damit kann man nur leben. Ja, weg mit dem Müll. Dann sind die Skeps böse auf uns, ne? Ja, aber nur die hier und über uns. Wenn wir weg sind, dann sind die wieder cool. Ja, rechts rum zum Panzer, oder? Ja, geh mal vor. Ach, bist du ein Schisshaufen. Ich habe ne Slyper. Was willst du von mir? Ach, was willst du von mir, ey? Letztens mal wieder Stress. Du kapriert. Ich habe den korrekten Satzlaut vergessen. Das ist so zu. Aber es wird hier auf uns geschossen. Auf unser Dingens. Nee, das ist ein MG, oder? Ja, aber warum wird auf... Warum wird auf unser Haus geschossen? Weil es ein schönes Haus ist. Ich würde jetzt mal nicht hinten rausgehen, potenziell. Ja, aber ich will da raus. Da sind die OFZs. Oder anders will ich ja. Ja, okay, dann let's go. Auf in den Krieg. Nee, lassen wir erst mal nach oben gehen, bitte. Vielleicht ist da einer über uns. Nach oben und dann... Ja, okay. Ich sage dir dann Bescheid, wenn ich tot bin. Ja, ich bin hinter dir. Ja. Geiles Schlagzeug-Solo. Also hier hat auf jeden Fall schon mal wer geloadet. Robotschki. Jetzt sehe ich ja irgendjemanden. Ich habe ja mal ein Reapier gefunden. Nice. Nö, ich... Alter! Was ist das? Wadawad? Ich habe was können hören. Links Steps. Bitte habe ich die nicht gehört. Da war es wieder. Hä? Das war mein Drehen. Ach so. Ja, komm. Oh, auf ganz sicher. Ja, ohne Scheiß. Ich dachte, hier oben wurde halt geschossen. Hier unten ist wer. Ja, unter uns ist wer. Okay. Da drin. Ich habe gerade... Stress mit allen Scaps der Welt. Mach' ihn mal. Ich habe einen Spieler gekillt. Oder? Lebt er noch? Er lebt noch. VPO ist der größte Rotz. Ich weiß, wo du bist, mein Freund. Rechts in der Ecke. Ja. Wir brauchen meine Hilfe. Er hat mich nicht geworfen. Er lebt noch. Er ist tot. Wie viel lebt denn der? Der lebt nur einmal, aber ich glaube, der hat viel HP. What the fuck? Geil. Geil. Im Glück bin ich mit dem Car-Kid gespawnt, was 26 HP hat. Geil. Aber... Was hat er denn feines? Eins blind habe ich. Na komm, sag mal, mein Freund. Der hat ihn denn erledigt. Der ist die 24. Ich bin mit dem Sprechschmerz. Ich bin mit dem Sprechschmerz. Ich nehme hier, damit sich die Leute freuen, nehme ich hier den Sound mit. Du kannst die Rick behalten und den Rest hier da... Oh, warte mal. Ich möchte einmal gucken, was er da in der Blackrock hat. Das würde ich gerne nehmen. Guck mal hier, ich teile wirklich fair. Ich teile fair. Ich teile fair. Ja, ist ja fair. Ey, Jay, mach wie du denkst. Du hast den Fight ja nicht gelätet. Du hast ja gewartet. Du kannst dir nehmen, was du willst. Den Rest kann Noah haben hier. Jetzt. Gönn dir. Mir geht es übrigens nicht so gut. Gebrochenes Bein. Blackout der Arm. Das ist kein Ver-Extract, glaube ich. Ja, fühle ich. Nimm dich die wertvollen Sachen mit, da waren auch noch super wertvolle Sachen drin. Wo denn? Die ganzen Schalldämpfer und so. Ja, ich hab doch die Rick. Ja. Aber ich hab doch die Rick angezogen. Nein, nein. Alles Gute. Hier. Der Chat. Achso. Jetzt war ich gerade auch los. Okay, weiter. Ja. Die Munition erbaut auf. Wir müssen hier weg. Okay, willst du noch weiter gehen oder nicht? Ich hab fast kein Bein und fast keinen Arm mehr. Ich würde jetzt spontan nicht rechts rum gehen. Wo müssen wir denn hin? Ja, wo müssen wir denn hin? Ja, sieben Fans. Ja, sieben Fans. Ja, dann lass einfach Extraction. Raussch... Ich hab ja wieder das Übersziehen ausgeschossen. Ich mach's jetzt doppelt schreckhaft. Bist du böse auf mich? Bitte sei nicht böse auf mich. Ich hab deine Kollegen übrig, falls sie so wollen. Oh Gott, die ganzen Skepsi-Ball machen mich echt... Fertig. Alter, what war das denn? Ich hab gelacht. Kann hier auch was sein? Um den Fans da herum Chat? Weh, ich hab nicht CP-Fan. Ich hab nicht nachgefuckt. Okay, habe ich. Obatschki. Wieso machst du immer Obatschkis? Kann ich nicht. Obatschki. 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 Du musst mit F1 reden, Jay. Ach, F1 ist das. F1 ist sinnloses Gelaber. Ach, was eine stressige, lustige Runde wieder. Das war auch schon quasi das Ende vom Streamer. Wir haben 14.57. Der hat definitiv das größte Risiko genommen. Der hat definitiv das größte Risiko genommen. Ich hab mal eine Granate geworfen und ich hab ihn gekillt. Ja, Chat, darauf geht's. Der hat gut gefeitet und ihn hingehalten. Obatschki. Obatschki. Er war Teamwork. So nennt man das. Deswegen haben wir ja auch geteilt. Ich hab dir gesagt, du kannst alles gerne nehmen, was du willst. Nein, nein. Du hast ja nur 3 Millionen oder so. Ich hab eine Million. Eine Million. Das wird alles in, äh, hier, ne, Sturmen investiert. Endlich wieder eine neue, äh, blaue Rüstung. Cool. Gut, dass ich keine neue gekauft hab. Kann ich die wieder benutzen. So, Obatschki, Obatschki. Dankeschön an, äh, Kurama Kami für die 1,21 Euro. Für die nächste Gönnung bei Wisch. Ja, davon können wir uns bestimmt drei Sachen kaufen. Eine Rodex. Dankeschön. Ja, mindestens. Fredutzka hat einen neuen Sub da gelassen. Dankeschön. Punisher Beast 300 Bits. Und Energie 340 hat auch nochmal einen neuen Sub da gelassen. Vielen, vielen Dank. Ja, das Sortieren ist jetzt nicht das Spannendste. Deswegen suchen wir mal raus, wem wäre jetzt Raiden. Oh, Batschki. Oh, Batschki. Oh, Batschki. Wen haben wir denn hier EFT-mäßig am Stüssel? Ja, das ist ja nicht so schwer. Die Leute, denen ich gerne zugucke, können auch gerne weitergucken. Slash Raid Maio Pavango. Warum hat das nicht funktioniert? Scheiße, warte mal. Slash Raid. Habe ich den Namen falsch eingegeben? Okay, ich kopiere den einfach raus. So. Sehr gut, Jay. Wo habe ich dir den falsch angeschrieben? Ich habe Maio Pavango geschrieben. So, ob man das groß alles schreiben muss. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Waren heute sehr, sehr gute drei Stunden tatsächlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.